Herzlich Willkommen bei Viele Wege führen nach Omm. Mein Name ist Roland Heep. Mein Name ist Gerrich Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier? In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht finden wir ja dieses Mal eine Antwort. Nämlich in der Folge 73. Von? Viele Wege führen nach Omm. Genau. Und die Antworten, die wir heute uns erhoffen. Und ehrlich gesagt, Spoiler Alert. Wir haben das Interview schon geführt. Wir kriegen auf jeden Fall eine ganze Menge Antworten. Drehen sich heute um das Thema Sekten, toxische Gruppen und manipulative Gruppen, sage ich jetzt mal. Also das ist ja ein bisschen komplexer, weil Sekte, das assoziiert ja jeder gerne mit einer spirituellen oder religiösen Gruppe, weil da kommt ja das Wort im Prinzip auch her. Die Sekte ist ja die Sekte, die Sekte ist ja die abgespaltene Gruppe einer bestehenden Religionsgemeinschaft. Die Briten, äh die Briten, sag ich schon mal nicht. Im Englischen benutzt man das Wort Cult ganz oft, also der Kult. Das hört sich auf Deutsch immer so ein bisschen strange an. Und umfasst da auch ganz andere Gruppen, Psychogruppen, also zum Beispiel Psychotherapeuten, Sekten, Cults. Es gibt Finanzsekten, wo es darum geht, möglichst viel Geld aus dir rauszuziehen. Es gibt aber auch ganz viele Gruppen, die gar nicht so sehr auf den ersten Blick eine Sekte sind, die aber sehr sektisch, sektierisch sein können. Über all das reden wir heute und dafür haben wir eine, der muss man sagen gar nicht so, ja, eine der wenigen Sektenexpertinnen hier im Lande gefunden, nämlich die Esther Gebhardt. Die Esther Gebhardt ist als Kind bei den Zeugen Jehovas gelandet mit ihrer Familie und als sie in den Zwanzigern waren, ist sie quasi rausgeschmissen worden. Warum, wieso, weshalb, das erzählt sie uns alles. Und sie war Musikerin bei der, witzigerweise auch bei der Saragossa Band, eine sehr bekannte Partyband, die es, glaube ich, schon seit den 70ern gibt. Und da war sie eine Weile Sängerin. Sie ist jetzt vor allen Dingen Heilpraktikerin für Psychotherapie, hat sich auf das Gebiet Hypnosetherapie spezialisiert. Und hilft aber eben auch ganz vielen Aussteigern aus Sekten oder sektenähnlichen Gruppen. Denn, ja, ihr habt ja vielleicht Folge 71 gehört. Ihr kennt meine Geschichte, über die ihr auch jetzt noch viel mehr erfahren werdet, weil in diesem Gespräch ich natürlich auch immer wieder so meine Erfahrung einbringe. Und sie hilft halt Leuten, genau, und es ist halt nicht so leicht, aus der Sekte auszusteigen, ist erstmal nicht so leicht. Das kann Jahre dauern. Und auch wenn man einmal ausgestiegen ist, ist man noch nicht ganz ausgestiegen. Auch darüber wird sie viel berichten und erzählen. Ja, sie schreibt auch gerade ein Buch zu dem Thema. Das ist jetzt noch nicht raus. Aber wenn das raus ist, werden wir euch das natürlich auch sagen, weil das wird bestimmt so super interessant. Und wir haben ein sehr ausführliches Gespräch mit der Esther gehabt. Also erstmal vielen Dank dafür schon mal. Das war super toll, aber auch super lang. Deswegen haben wir uns entschlossen, das in zwei Teile zu teilen. Heute, im ersten Teil, geht es primär darum, woran erkenne ich eigentlich eine Sekte? Woran erkenne ich, dass ich in einer Sekte sein könnte? Was sind die Warnsignale? Also was sind die Methoden, mit denen eine Sekte arbeitet? Weil das Absurde ist, wenn man drin ist, merkt man das nicht unbedingt. Das ist wirklich sehr speziell. Aber wenn man sich einmal anhört, was sind so die Warnsignale, was sind so die typischen Merkmale einer Sekte? Dann kann man vielleicht erkennen, oh, ich glaube, ich bin auch in einer gelandet. Oder bin ich vielleicht in einer gelandet? Dann kann man sich zumindest mal die Fragen stellen, sich ein bisschen weiterbilden. Denn es ist natürlich möglichst, ja, es ist auf jeden Fall besser, wenn man eine Sekte wieder verlässt. Auch wenn man vielleicht viele Jahre drin war. Genau. Ja, okay. Also ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit der Folge, oder? Genau. Hier ist die Esther Gebhardt. Teil 1. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen Esther Gebhardt. Du bist ein ehemaliges Sektenmitglied, heute Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und du hilfst Menschen auch, die aus Sekten oder sektenähnlichen Systemen aussteigen wollen, ausgestiegen sind, mit der Erfahrung klarzukommen und überhaupt wieder im, ich sag mal, normalen Leben anzufangen, anzukommen. Und ich habe dich gefunden, als ich ein bisschen recherchiert habe. Denn interessanterweise gibt es im deutschsprachigen Raum unglaublich wenig zum Thema Sekten. Ist mir so aufgefallen. Also was jetzt nicht von den Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche, sag ich mal, gestammt, sondern in Amerika, da türmen sich die Bücher zu dem Thema. Da gibt es unglaublich gute Literatur. Da gibt es einen Podcast nach dem anderen, wo Aussteiger, Experten, Psychologen etc. befragt werden. Es gibt Dokumentarfilme, Dokumentation ohne Ende. Das ist im Moment sowieso gerade ein Trendthema, habe ich schwer den Eindruck, in den USA. Sicherlich auch durch die Erfahrung mit Donald Trump. Da werden jetzt einige Leute vielleicht denken, hä, was hat denn das mit Sekten zu tun? Aber da kommen wir, glaube ich, heute auch noch zu, diese Frage zu beantworten. Und ja, dann bin ich auf dich gestoßen und freue mich natürlich sehr, oder wir freuen uns, der Gerhard ist ja auch noch hier, dass du heute da bist. Und ja, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz selber vor, erzählst noch ein bisschen von dir und dann grufen wir uns mal so in das doch sehr komplexe Thema ein. Bin ich mal gespannt, was da heute mal rauskommt. Ja, hallo lieber Roland, hallo lieber Geri. Ich freue mich über die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Bin ich geehrt. Und ja, du hast zu Recht, also in der deutschsprachigen Literatur, es gibt ein paar Aussteigerberichte, es gibt ein paar Biografien, die man lesen kann. Fachliteratur ist relativ dünn, leider. Es gibt natürlich die Literatur zum Beispiel von Stephen Hassan, die übersetzt ins Deutsche, also zwei Bücher, wo ich weiß. Sehr hilfreich, sehr super, aber ansonsten ist USA natürlich auch ein bisschen anders aufgestellt. Die haben den Bible Belt, die haben die Evangelikalen, also da ist natürlich die religiöse Landschaft relativ bunt, ein Vielfaches bunter als bei uns. Das stimmt, ja, genau. Ich habe ja gerade kurz erzählt, du bist jetzt Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber du bist ja auch selber in einer Sekte gewesen. Aber ja, erzähl du mal, wie das für dich gut ist, das zu erzählen. Ja, also ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und ich höre jetzt schon ein paar Menschen aufschreien, was, Zeugen Jehovas, die sind doch körperschaftlich recht, das ist keine Sekte. Und da muss man also mal eins klarstellen, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist auch eine sektenhafte Gruppierung, kann eine körperschaft öffentlichen Recht sein. Und ich ordne ja da die Zeugen Jehovas definitiv mit ein. Die sind eine Sekte und wie ein Bekannter von mir vor einiger Zeit mal sagte, wenn Zeugen Jehovas keine Sekte sind, dann gibt es keine Sekten. Also die Strukturen sind sehr sektenhaft. Meine Eltern haben sich den Zeugen Jehovas angeschlossen. Also ich bin nicht ganz reingeboren, ich war vielleicht fünf Jahre alt. Es war so um das berühmte Zeugen Jehovas Jahr 1975. Da sollte ja die große Schlacht Gottes Hammer gehen. Da sollte ja, also im Umgangssprech die Welt untergehen. Bei Zeugen Jehovas geht natürlich nicht die Welt unter, sondern Gott führt Krieg und vernichtet alle, schlachtet alle jene ab, die keine Zeugen Jehovas sind. Und es hätte 1975 kommen sollen, die Organisation distanziert sich zwar von diesen Aussagen, es hätten sie nie gesagt, es wären irgendwelche Spleens oder Interpretationen von Gläubigen gewesen. Also da ziehen sie sich aus der Verantwortung auch perfide, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Und dann bin ich bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, natürlich auch mit dieser ganzen Doktrin, auch mit diesen ganzen Auflagen, mit diesem ganzen Psychodruck, mit all diesem Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod. Also dass praktisch die Todesangst auch so ein ständiger Begleiter wurde. Das ist gut, dass du jetzt gerade schon so ein paar Punkte aufgezählt hast, was bei den Zeugen Jehovas alles so war. Und ich glaube, das ist auch das, womit wir jetzt nachher anfangen. Ich glaube, wir haben noch ein paar einleitende Worte. Aber wir wollen auf jeden Fall erstmal gleich definieren, was überhaupt eine Sekte ist. Weil ich glaube, das ist auch so ein Wort, was bei fast jedem Zuhörer andere und oftmals wahrscheinlich auch falsche oder sehr eingeschränkte Bilder hervorruft. Also ich glaube, fast jeder denkt bei Sekte mal mindestens an Bhagwan, Osho, Krishna. Also meistens irgendwelche Leute, die durch die Fußgängerzone hüpfen oder die irgendwie crazy durch die Gegend rennen. Und sicher ist das nicht falsch, das Bild. Oder im schlimmsten Fall, Sie denken an Jonestown, wo sich irgendwie über 900 Leute umgebracht haben. Oder Heaven's Gate. Also es gab ja immer diese ganz extremen Fälle in den letzten 50, 60 Jahren, wo Massenselbstmorde oder ganz schlimme andere Sachen passiert sind. Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Version der Sekte. Aber es gibt ganz viele andere. Und ich glaube, manch einer, der jetzt heute hier so zuhört und der sich dann vielleicht das mal anhört, was so die Definitionen sind, der wird sich wundern, ob er vielleicht nicht selber eine Art von Sekte ist, obwohl das überhaupt gar nichts Religiöses oder Spirituelles zum Beispiel ist. Denn es gibt ja Sekten, die sind politisch. Es gibt Sekten, die sind psychologisch. Selbst sowas wie so Multilevel-Marketing-Companies haben Sektenähnliche Strukturen. Also das ist ja das Abgefahrene. Oder eben die Sekte Trump, da kommen wir später zu. Also von dem her finde ich das gut, dass du das gerade schon mal erwähnt hast. Wie würdest du denn das Wort Sekte definieren? Einfach mal so generell, jetzt mal losgelöst von den Zeugen Jehovas. Ja, also auch so wie du sagst, erst mal die Äußerlichkeit, die einem auffällt. Das sind also nicht immer nur so diese Personen, die in gebartigten Gewändern rumrennen und kiffen und, was weiß ich, Schanty om den ganzen Tag singen, sondern es sind auch Personen, die äußerlich in gepflegter Kleidung rumlaufen, auch in Anzug und Krawatte. Und eine Sekte ist auf alle Fälle immer dann, kommt für mich oder der Begriff kommt für mich ins Spiel, wenn da eine Organisation ist, vielleicht auch eine Person, die mir vorschreibt, wie ich zu leben habe. Die auf meinen Verhalten Einfluss nimmt, wie ich mich zu verhalten habe, die mir sagt, was wahr ist und was falsch ist. Also so mein eigenes Denken ausgeschaltet wird. Also auch so dieser Wahrheitsanspruch, den Sekten, jetzt gerade mal im religiösen Kontext, den Sekten ja haben so dieses Seelenheil erfährst du nur durch uns und wir haben den richtigen und wahren Weg erkannt und nur durch uns, kommst du ins Paradies, kommst du, weißt der Geier wohin, so diesen Absolutheitsanspruch auch vertreten und mir vorschreiben, vielleicht welche Kleidung ich tragen darf, was ich essen darf, was ich zu denken habe, welche Literatur ich lesen darf, welche nicht. Ich meine, so erfährt man ja eine Sekte meistens nicht von Anfang an, sondern da kommen wir auch noch dazu, das kommt ein bisschen später. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch dazu. Aber es ist immer, wenn du merkst, da ist jemand, der dir was verspricht und du dieses Gedankengut übernehmen sollst, dann sollten mal die Alarmglocken schrillen. Ja, das stimmt. Da sind wir ja auch schon, glaube ich, beim allerersten Merkmal. Du hast das gerade schon genannt. Bevor wir da hinkommen, noch ganz kurz, was ich interessant finde, das Wort Sekte und im Englischen benutzt man das Wort Cult, also Kult. Und das finde ich interessant, weil das eigentlich ein bisschen besser ist. Sekte ist ja, glaube ich, sogar tatsächlich aus der Ursprungsdefinition eine Abspaltung von der Hauptreligion. Also sprich, du bist christlich, aber dann gibt es die christliche Sekte, weil die irgendwie ein bisschen anders denken, als, sage ich jetzt mal, der Vatikan das vorschreibt. Und das wurde ja auch dann von den großen Religionen genutzt, um diese Gruppen zu verfolgen, zum Beispiel, weil die nicht sich angepasst haben an das, was eigentlich der Papst wollte. Und ich glaube, diese Tatsache, dass Sekten gar nicht unbedingt religiös und spirituell sein müssen, das ist leider mit dem Wort Sekte so ein bisschen schwieriger als mit dem Wort Cult. Das ist mir so aufgefallen, als ich jetzt mich schlau gemacht habe. Vielleicht auch noch zur Erinnerung. Also ich habe das wahrscheinlich auch schon in der Anmoderation nochmal gesagt. Und die Leute, die unsere letzte Folge gehört haben, wissen das ja auch. Ich selber war ja auch in einer Sekte 20 Jahre lang und habe das, ja, aber und da kommen wir auch zu. Warum bleibt man da so lange drin? Wie kommt man da überhaupt rein? Aber deshalb interessiert mich das Thema natürlich. Deshalb habe ich mich damit auch viel beschäftigt, weil das sind natürlich Fragen, die einem selber dann auch sehr stark kommen. Nur die ganze Backstory und dazu, die habe ich quasi in der letzten Folge so ein bisschen erzählt ins Detail. Weil die will man da ja eh nicht die ganze Zeit gehen. Aber nur so zur Information nochmal für die Leute, die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben. Also ich glaube, wir haben da beide viel erlebt. Und was auch nochmal interessant ist, ist, du bist reingekommen als Kleinkind. Also fast reingeboren, sage ich jetzt mal. Unfreiwillig. Du hast ja nicht gesagt eines Tages, oh, da werde ich jetzt aber Mitglied bei den Zeugen Jehovas. Sondern deine Eltern haben das beschlossen und du musstest quasi mitmachen, ob du wolltest oder nicht. In meinem Fall war das anders. Ich gehöre zu den Leuten, die halt, ich war glaube ich 29, als ich auf die Sekte gestoßen bin. Und das ist nochmal eine ganz andere Dynamik. Und auch im Sektenausstieg und in der, wie man damit umgeht, ist das ein bisschen anders. Das werden wir sicher auch besprechen. Das finde ich nochmal interessant, dass wir jetzt sozusagen so zwei Perspektiven haben. Und vor allen Dingen, wir haben glaube ich auch zwei Perspektiven auf, also eine sehr bekannte Sekte. Die Zeugen Jehovas, die hat jeder ja eigentlich schon mal von gehört. Die standen ja auch wahrscheinlich bei jedem schon mal vor der Tür und wollten mit einem über Gott reden. Bei mir das letzte Woche. Wirklich? Was machst du denn da eigentlich? An der falschen Tür geklingelt. Ja. Was machst du denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn die bei dir klingeln, was sagst du denn da? Es hat mich natürlich interessiert, wie die heute argumentieren, welche Lehren sie heute verbreiten. Aber es ist immer noch der gleiche Sums im Prinzip. Also es klingelt an der Tür, zwei Damen, schick gekleidet, stehen da mit ihren Taschen und du siehst sofort, das ist nicht die Caritas. Das ist halt, wo halt sofort was Sache ist. Und dann habe ich es erstmal reden lassen. Die Fragen dann natürlich schon, sie sind heute unterwegs, um mit den Menschen, mit den Mitbürgern darüber zu sprechen, über die Situation auf unserer Erde. Und ob ich glaube, dass es einen Gott gibt, der das alles zulässt. Und ob ich denke, dass Gott nicht eines Tages eingreift. Und dann hatte ich ganz kurz den Gedanken, kläre ich die gleich auf, was Sache ist. Also zum einen bin ich ja eine ausgeschlossene Zeugin Jehovas, die dürften mit mir gar nicht reden, wenn sie es wüssten. Dann kommt noch dazu, dass ich im Opferhilfeverein im Vorstand bin. Also wir betreuen ja und arbeiten ja auch mit den ganzen Opfern, die dann bei uns letztendlich landen im Verein. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt lasse ich die erstmal reden und schaue mal, was die da so zu sagen haben. Und dann habe ich sie mit meinen Fragen einfach auch in die Enge getrieben. Also ja, das würde jetzt hier zu weit führen. Ja, ja, aber du hast mich direkt mit denen. Kann man sagen, du hast so ein bisschen Spaß gehabt mit denen so? Also ich hatte vor allem Puls, weil ich war so aufgeregt dann auch. Das war so ein Zwiespalt. Ich habe, ich, ja, Spaß. Also ich wollte die Leute ja auch nicht, ich wollte die ja nicht vorführen. Also ich habe halt versucht, ein bisschen Zweifel zu säen mit meinen Fragen. Vielleicht geht irgendwann das Armin auf. Ich habe keine Ahnung. Das finde ich ein ganz guter Punkt, was du gerade sagst, weil ich glaube, das ist natürlich auch ganz wichtig, auch wenn wir jetzt hier reden. Wir wollen uns ja gar nicht lustig machen über die Leute, die in solchen Gruppen sind, weil wir selber das erfahren haben. Wir wissen, wie leicht man da rein gerät, wie schwer es ist, da rauszukommen, all diese ganzen Dinge. Sondern es geht ja wirklich darum, gerade auch unsere Hörer. Ich meine, unser Podcast ist ja nun auch sehr oft sehr spirituell. Und wir haben auch sicherlich schon über Leute gesprochen, wo man vielleicht jetzt heutzutage sagen würde, vielleicht sind das ja doch auch eher sektenähnliche Strukturen gewesen oder so, die dahinter waren. Also das ist ja, oder auch die Religion selber könnte man ja manchmal auch in die Richtung bewegen. Also deswegen ist es für uns wichtig, unseren Hörern eben wirklich genau zu zeigen, das sind die Alarmsignale, das sind die Red Flags, wie man im Englischen sagt. Wenn ihr auf diese stoßt, wenn ihr jetzt irgendwo hingeht, egal wo, dann solltet ihr zumindest genauer hingucken. Wir können natürlich nicht garantieren oder wir wollen auch nicht sagen, alle Gruppen, die das so oder die ein paar von diesen Punkten erfüllen, sind definitiv Sekten. Aber wenn der größte Teil davon zutrifft, dann ist es vielleicht. Ich sag mal, wie sagt man so schön, Gary, wenn es aussieht wie ein Esel oder Quark wie eine Ente, läuft wie eine Ente, dann ist es auch eine Ente. Dann ist es auch eine Ente, ja, ja, genau. Also mir ging es, Entschuldigung, mir ging es auch eher darum, weil ich ja weiß, dass diese Leute so dermaßen geschult sind, egal welcher Religion sie angehören, aber die sind ja so dermaßen rhetorisch auch geschult, dass man da als jemand, der sich damit nicht auskennt, schnell reintappen kann. Und deswegen finde ich das interessant, wenn die jetzt praktisch auf jemanden treffen, der das Vokabular nicht nur versteht, sondern beherrscht auch vielleicht. Ja, und deswegen, das fand ich jetzt halt gerade so interessant. Also es ging mir jetzt gar nicht so sehr um die Religion, sondern einfach um diese Dynamik, die sich dann da so vor der Haustür so abspielt. Ja, also ich habe natürlich schon verstanden, die Klaviatur spiele ich ja. Also ich kenne mich mit diesen Bibelsprüchen aus und dass die natürlich aus dem Kontext gezogen sind, habe sie auch ein bisschen dann vor mir hergetrieben, argumentativ, aber man hat auch gemerkt, die drehen sich im Kreis. Das ist einfach so und es ist tatsächlich auch so, dass bei Jehovas Zeugen, die haben ja ein internes Schulungsprogramm. Das ist die Theokratische Predigtdienstschule. Ich nenne das immer das NLP der Wachtturm-Gesellschaft, weil die natürlich auch lernen, stelle nur offene Fragen, keine geschlossenen Fragen, also keine Fragen, wo man es mit Ja oder Nein antworten kann, sondern schaue, dass der Wohnungsinhaber, dass der ins Gespräch kommt. Das geht halt nur mit offenen Fragen, stelle Wie-Fragen und natürlich geht es auch darum, die Emotionen anzutriggern. Weil ich meine, wer hätte nicht gern, dass all diese Dinge, die so eine Sekte verspricht, Wahnsinn, Paradies, ewig leben, die Toten stehen wieder auf, Oma und Opa kommen zurück, mein verstorbenes Kind vielleicht. The Walking Dead, ich weiß nicht so recht, ob ich da leben will. Weil du das vorhin auch angesprochen hast, ich denke, es gibt zwei unterschiedliche Klassen von, wie komme ich zu einer Sekte, vielleicht gibt es noch mehr, du kannst mich ja dann revidieren oder korrigieren. Also zum einen das Reingeborene sein, Kinder, die in so einem Konstrukt geboren werden, in so einer Familie, die bereits Sektenanhänger sind, haben natürlich keine Chance. Das ist so Mama-Papa-Glauben, das ist diese von Anfang an mit der Muttermilch eingeflößte Wahrheit. Und ein Kind vertraut seinen Eltern. Ich meine, wem, wenn nicht seinen Eltern, kann ein Kind absolut vertrauen? Und gerade für diese Personen ist es dann im Erwachsenenalter oder später einfach mal noch ein Vielfaches schwieriger, auszusteigen und diese ganze Bubble, dieses ganze Konstrukt, was das ganze Leben bis dato eingerahmt hat. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was mache ich hier? Was ist der Sinn? Wenn das eines Tages zerplatzt, dann natürlich die Gefischten, wie es bei den Zeugen Jehovas so heißt. Also die Personen, die an der Tür gefischt werden oder beim Straßendienst, da stehen sie auch mit ihren Trolleys inzwischen ganz hochmodern rum. Ja, ja. Und was mich übrigens auch wundert, dass die inzwischen die Bibel am iPad oder am Handy vorlesen. Ich habe ja auch so lachen müssen, ja. Also das ist so, die sind natürlich auch schon sehr, sehr modern geworden. Wir gehen mit der Zeit. Ja. Obwohl Internet bis vor wenigen Jahren ja noch Satan verteufelt war. Aber das Medium ist halt auch, das ist halt auch erkannt worden, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Also bei den Erwachsenen oder bei den Gefischten spielt dann Scham oftmals eine ganz große Rolle auch, dass es sich im Nachhinein, ja, dass Scham einfach auch ein großes Thema dann ist. Ja, genau. Und eins, ich würde gerne eins noch sagen, bitte, bevor wir mit dem Gespräch gehen. Natürlich. Wenn ich von den Zeugen Jehovas spreche, dann spreche ich meistens von der Organisation. Also ich meine nicht diesen kleinen Verkündiger, der an der Tür steht, der wirklich aus tiefstem Herzen das Beste will für seine Mitmenschen. Der will dich retten. Der will, dass du mit ins Paradies kommst. Der will dich vor Gottes grausamer Schlacht retten. Das ist ein Herzenswunsch. Den meine ich meistens nicht, wenn dann sage ich Verkündiger. Aber ich meine wirklich diese Organisation dahinter, die diese Leute so steuert. Das wollte ich nur wegen der Begrifflichkeit. Das könnte ein bisschen irreführend sein. Genau. Aber dann lass uns mal gucken. Du hattest ja vorhin schon angefangen, so ein bisschen aufzuzählen. Also wenn man jetzt eine Sekte in irgendeiner Form definieren will, also zum Beispiel der meistens noch lebende, manchmal nicht mehr lebende, ich sag mal die Führerfigur, was in Deutschland ja an sich schon sehr aufgeladener Begriff ist, die aber tatsächlich, der gar nicht so weit weg ist, weil es natürlich im Endeffekt um totalitäre Systeme geht, von dem wir hier sprechen. Da kommen wir dann ganz am Ende noch zu. Aber das ist ja zum Beispiel was, was man sagt, das haben die allermeisten sektenähnlichen Strukturen oder Sekten, haben ein Ne, ein Nen, oft sind es Männer, manchmal sind es Frauen, lebenden Führer, dem die Anhänger absolut ergeben sind, der auch oft auf ein Podest gestellt wird, entweder gleich mit Gott oder ganz knapp dahinter. oder als der Meister, also wenn es jetzt keine religiöse Gruppe ist, ist er vielleicht der Meister des Kung-Fus oder er ist irgendwie der schlauste Mensch in der Politik. Also da gibt es ja verschiedene, aber er oder sie ist definitiv immer der, die beste, schlauste, tollste, hat den Durchblick, der perfekte Mensch. Und also bei uns war das 100 Prozent so. Also in unserer Ideologie gab es auch die Idee des perfekten Menschen und er war natürlich das Beispiel für den perfekten Menschen. Alles, was er gesagt, getan, gemacht hatte, war perfekt. Auch wenn es so nicht wirkte, dann hat man es einfach nur noch nicht verstanden. Oder auch wenn es ganz klar falsch war, hat man es meistens verdrängt oder man hat auch irgendwie Erklärungen gesucht. Aber das war zum Beispiel eine ganz klare bei uns da. Wie war das denn bei euch? Ja, also für den Gläubigen, für den kleinen gläubigen Zeugen Jehovas steht natürlich Jehova Gott an erster Stelle. Das ist ganz klar. Vertreten wird Jehova Gott. Weiß nicht, ob das jetzt vertreten, ob das jetzt politisch korrekt ist, wenn ich das so sage. Aber es gibt ja die leitende Körperschaft, die sitzt in New York. Also die waren viele, viele Jahre in Brooklyn, bis sie ihre Gebäudekomplexe verkauft haben. Nächstes Thema. Und diese bis vor kurzem acht Männer, jetzt haben sie nochmal zwei mit ins Gremium berufen. Das sind jetzt zehn Männer. Das ist die leitende Körperschaft in New York. Die leitet praktisch diese ganzen Geschicke der Zeugen Jehovas weltweit. Das sind circa acht Millionen Zeugen Jehovas weltweit. Und diese leitende Körperschaft sagt zwar, sie wäre nicht von Gott inspiriert, aber durch Engel und den Heiligen Geist geleitet. Sie revidieren zwar trotzdem alle Jubeljahre mal ihre Lehren, weil sie merken, es wird eng jetzt mit Hammer gehen. Oder sie müssen einfach anpassen und dann heißt das neues Licht. Es gibt neues Licht und die Gläubigen freuen sich. Es gibt neues Licht, also Lehreränderungen sind es. Und vertrauen dann darauf. Also bedingungslos, absolut bedingungslos. Da wird auch nicht hinterfragt. Und der Verkündiger merkt auch nicht, dass er eigentlich diesen Lehren dieser Männer folgt. Also sie glauben, das ist alles Jehova, aber in Wirklichkeit steckt, ist es diese Organisation. Also die merken das zum Beispiel nicht. Genau, aber das ist ja auch geschickt insofern zu sagen, ja, das ist ja von den Engeln inspiriert und so. Und ich will gar nicht ausschließen, das will ich auch mal sagen, dass es das in irgendeiner Form gibt. Wir erkennen alle intuitive Momente oder das Gefühl, dass wir irgendwie meine Inspiration irgendwoher haben. Aber im Prinzip ist das natürlich auch perfekt, immer sagen zu können, das hat mir, ich sag mal, im weitesten Sinne Gott durchgegeben. Ob er es jetzt direkt macht oder sie oder durch einen Engel oder wie auch immer. Also das ist ja insofern dann auch gar nicht zu widerlegen, weil wie soll man das widerlegen? Und man kann es dann auch gar nicht ignorieren oder angreifen, weil es ist ja nun mal so. Also was bleibt einem da eigentlich übrig? Man ist ja quasi dann so ein bisschen gefangen in diesem System. Ja, sicherlich. Absolut. Wenn ich in der Gruppe bin. Ja, natürlich. Davon gehen wir jetzt vor aus, ganz genau. Ja, es ist einfach so schwierig. Also es macht mich auch streckenweise verzweifelt zu sehen, dass diese Menschen eigentlich einer menschlichen Organisation hinterherlaufen und dass das mit Gott nichts zu tun hat. Also liegt jetzt nicht nur daran, dass ich, ich denke mal, gar kein Gott mehr glaube. Also das ist jedermanns Privatangelegenheit, an Gott oder Jesus zu glauben oder das auch zu brauchen in seinem Leben. Aber sich da auch so missbrauchen und missleiten zu lassen zu Dingen, die du ohne so eine Organisation nie tun würdest. Also zum Beispiel bei Zeugen Jehovas ist ja die Liebe. Das heißt, wenn man an der Liebe werdet, wird man euch erkennen, dass ihr Liebe unter euch habt. Daran wird man die wahren Christen erkennen, schreiben sich ganz grob auf die Fahnen. Echten, aber die Aussteiger. Also da verlieren dann Menschen ihre Eltern oder ihre Kinder, weil die keine Zeugen Jehovas mehr sein können, nicht mehr nach diesen Regeln leben wollen oder vielleicht selber aussteigen. Also ich habe es durchblickt, den Mist glaube ich nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Da habe ich mich auch so diktieren lassen und dann verlierst du einfach alles. So wie ich jetzt in meinem Beispiel ja auch meinen Vater seit über 30 Jahren nicht mehr gesprochen habe. Oh, weil der immer noch Teil der Zeugen Jehovas ist. Der ist noch Teil der Zeugen Jehovas, der wohnt hier 11 Kilometer weg von mir. Also ich weiß nicht, was aus dem Mann, der ist heute 75 Jahre alt. Ich weiß nicht, mag der gern Sport, isst er gern Spaghetti? Irgendwie was, wer ist dieser Mensch? Und er weiß es von mir auch nicht und kennt seine Enkelkinder auch nicht, die 31 und 25 Jahre alt sind. Wow. Also so. Okay, aber mich würde mal interessieren, wie bist du denn dann aufgewachsen? Und vor allen Dingen, ganz wichtig, wo war dann der Punkt, wo du diese Lehre vielleicht zum ersten Mal so hinterfragt hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, fand ich bestimmte Aussagen immer irgendwie komisch. Also dass Jehova alle Menschen abschlachten wird am Tag X, da sind ja auch Babys dabei oder sind vielleicht Hundewelpen dabei oder Häschen oder ganz, ganz alte Menschen, gebrechliche Menschen. Aber vor allem diese Babys, die ja noch gar keine Chance hatten, sich zu irgendeinem Gott zu bekennen. Und dann hat es immer geheißen, ja, aber Gott zieht in die Herzen und Gott weiß, dass es böse Menschen werden. Und dann denke ich mir auch, ja, warum geht man da noch predigen, wenn der das weiß? Also es war irgendwie latent, war schon was da, aber es hieß dann auch immer, wenn es keine Antworten mehr gab, du legst das alles in Jehovas Hände. Jehova weiß, was er tut. Unser Geist ist zu klein und wir verstehen das einfach nicht. Und eines Tages bekommen wir die Antworten drauf, also vertrauensvoll all diese Dinge Jehova übergeben. Und so habe ich dann noch meine Jugend verbracht. Ich habe dann, also ich wurde ausgeschlossen. Ich bin jetzt nicht wegen Zweifeln oder so gegangen, sondern ich wurde wegen unlauterem Lebensweg ausgeschlossen. Ich war nämlich schwanger ohne Trauschein mit 20 und dann, jo, hoppala. Und dann wurde ich aus der Glaubensgemeinschaft entfernt, bin also ausgeschlossen worden. Und da war ich 20 und habe aber dieses ganze Glaubensgebäude, dieses ganze Konstrukt, diese Bubble in mir noch für weitere 23 Jahre mitgenommen. Also ich hatte in dem Moment, wo ich weg war, noch nicht verstanden, dass das eine Sekte ist, dass all diese Dinge nicht wahr sind und dass ich einer Lebenslüge aufgesessen bin. Ich habe also die ganze Angst vor Tod und Bestrafung in all den Jahren mitgenommen. Ja, das ist krass. Also ich meine, jetzt haben wir so ein paar Punkte da schon angesprochen, die ja auch ganz klassisch sind. Also ich meine, du bist ja das perfekte Beispiel. Also ein weiteres Merkmal, glaube ich, für einen Sekte ist ja eben der Umgang mit den Aussteigern. Also wenn ich jetzt irgendwo in einem nicht sektenähnlichen Verein bin oder was auch immer, dann kann ich ja kommen und gehen, wie ich lustig bin. Und wenn ich beschließe, ich habe keine Lust mehr, dann melde ich mich ab oder sage Dankeschön und bin weg. In einer Sekte geht das ja nicht. Also du bist einmal ein Beispiel dafür, dass du, wenn du jetzt den Doktrinen in irgendeiner Form nicht folgst, wirst du sogar rausgeschmissen. Aber wenn du selber gehst, passiert es ja in der Regel so, also so habe ich das auch erlebt, dass mit den Leuten kein Kontakt mehr da ist. Also über die wird auch schlecht geredet. Also wenn jetzt jemand, also über uns zum Beispiel wird jetzt wahrscheinlich auch sehr viel schlecht geredet. Also ich rede jetzt von mir und anderen Leuten, die ausgestiegen sind. Das ist also definitiv, gibt es da kein Nachfragen in dem Sinne. Also wirklich, wirkliches Nachfragen. Natürlich will man uns wieder versuchen reinzuziehen. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man einmal raus ist. Aber im Prinzip, wenn ich dabei war, wenn ich das gehört habe, ja der und der, die und die sind weg. Ja, die haben es nicht geschafft. Die sind verrückt geworden. Ihr Ego ist zu stark gewesen. Und wir verstehen das alles nicht. Warum sind die denn gegangen und so. Und das hat man ganz oft so auch geglaubt, dass das okay ist. Weil ja, man war ja in der Ideologie drin. Und ich glaube, das ist, würde ich mal sagen, ein ganz klares Signal. Wenn du merkst, du bist in einer Gruppe, wo Aussteiger, über die schlecht geredet wird, wo die nie wieder auftauchen oder gar nie wieder über die geredet wird, dann ist da auch was im Magen. Oder wenn sie sogar rausgeschmissen werden, wenn sie etwas tun, was in deinem Fall ist ja nichts Schlimmes. Also ich meine, du bist schwanger gewesen. Sex vor der Ehe, ich bitte dich. Da hast du wieder recht. Wie bist du drauf? Im System ist das natürlich scheiße. Ja, das stimmt schon. Also da gibt es bei Zeugen Jehovas auch noch ein bisschen Unterschiede. Also es ist, wenn du ausgeschlossen wirst, weil du vielleicht geraucht hast oder uns Rauchen nicht aufgeben kannst oder Sex vor der Ehe nicht bereut hast oder Bluttransfusionen angenommen hast und nicht bereut hast, solche Dinge, dann wirst du ausgeschlossen. Dann kannst du aber trotzdem ja noch, wie es ja bei mir auch war, im Mind immer noch in diesem Mindfuck hängen, in dieser Bubble hängen über viele Jahre. Menschen, also und dann bist du geistig krank. Also die werden als geistig Kranke bezeichnet von der Organisation. Genau. Und diejenigen, die aber aussteigen, weil sie dahinter blicken und weil sie dieses Konstrukt durchblicken und dann dadurch auch noch nicht nur Aussteiger sind oder Ausgeschlossene, sondern Abtrünnige werden. Ein Abtrünniger, da gibt es öffentliche Vorträge von Zeugen Jehovas, da werden Abtrünnige beschimpft als Ungeziefer und Küchenhelfer Satans. Also die übelsten Begriffe werden die betituliert, mit denen man auf gar keinen Fall sprechen darf. Aber wann ist das denn jetzt bei dir durchgesickert? Weil du hast ja gerade gesagt, dass du das noch praktisch, du hast zwar die Sekte, die Zeugen Jehovas verlassen, aber die waren ja noch in deinem Kopf drin. Und wie war da jetzt der Prozess, dass du jetzt da plötzlich dazugekommen bist, das klarer zu sehen? Ja, die waren lange in meinem Kopf. Also es gab dann auch sämtliche Weltereignisse, 9-11, wenn ich nur daran denke, oder andere Krisen und Katastrophen, dachte ich mir immer, jetzt geht die große Schlacht Gottes los. Und ich hatte Angst und ich hatte Angst um meine Kinder natürlich auch und dass wir alle bei lebendigem Leib verbrennen. Und ich habe es immer gewusst, so auch diese Schuld. Und das ging so lange bis ins Jahr 2014. Da saß ich abends, spätabends vorm Fernseher, habe rumgezappt und habe mich in eine Talksendung reingezappt. Und da saß Deutschlands älteste Aussteigerin und Aktivistin, ehemalige Zeugin Jehovas, die ich sogar noch aus ihrer aktiven Zeit kannte. Also die Barbara war damals Mitte 70 schon, also die ist mit 70 ausgestiegen erst. Die ist auch aufgewachsen bei den Zeugen Jehovas, die kam auch irgendwie mit 8, 9, 10 Jahren zu den Zeugen Jehovas. Aber es war natürlich eine andere Generation, es war eine andere Zeit und ist da auch aufgewachsen, hat ihre Kinder in der Religion erzogen. Ihr Mann war Ältester, sie waren Pioniere, das waren die Vorzeigezeugen Jehovas schlechthin. Und die saß da und dann denke ich mir, ich kenne die, ich kenne die. Und dann habe ich zugehört und dann so Bauchbinde und ein Barbara Kohut, Deutschlands älteste, Deutschlands Aktivistin, Aussteigerin der Zeugen Jehovas und Bücher, die sie geschrieben hat und so weiter. Und dann hatte ich zum ersten Mal eine Idee, das ist vielleicht doch nicht alles so, wie ich bis dato, wie ich jetzt seit fast 40 Jahren glaube. Und dann habe ich mich zum ersten Mal ans Internet gesetzt, habe mich zum ersten Mal gewagt, diese Suchbegriffe bei Google einzutippen und dann ist es natürlich vor mir aufgeploppt. Also ich war überrollt von Informationen, was da alles gekommen ist, also Aussteigerseiten, Facebook-Gruppen, Portale. Das war super interessant und fast am interessantesten war eigentlich noch, eine Internetseite, die von aktiven Ältesten betrieben worden ist, undercover, um aufzuklären. Also die waren in der Gesellschaft drin, also in der Organisation drin, waren das noch Vorzeige. Älteste haben Vorträge gehalten, haben so angeblich nach diesen Maßstäben gelebt, gingen von Tür zu Tür und all diese Dinge, die dazugehören, so so einem braven Zeugenleben. Und zu Hause die Tür zugemacht, sich hinksetzen, Aktivismus gemacht und aufgeklärt. Und das fand ich phänomenal. Und die Seite, und das weiß ich auch von anderen Aussteigern, die hat damals in der Zeit ganz viele Menschen befreit aus der Bubble und mich unter anderem auch. Es gab natürlich viel zu lesen, es gab viel nachzuholen. Ich war mit einem Schlag in einem luftleeren Raum, als es mir diese Bubble so zerrissen hat. Und das ist so, Menschen sagen dann immer, da warst du dann bestimmt sehr glücklich und das war bestimmt sehr befreiend. Und das ist es halt im ersten Moment nicht. Weil du merkst nur, nichts stimmt. Nichts um dich herum stimmt. Genau, das ist so, weißt du, wie so die Truman Show. Jemand hat dir einen Scheinwerfer vor die Füße geknallt. Und du denkst dir, war das jetzt die Matrix oder was war das jetzt mein ganzes Leben lang? Und vorher hattest du halt auch einen Rahmen, wie wir auch anfangs schon gesprochen haben. Ich komme von Adam und Eva und dann lebe ich und dann sterbe ich halt in Hamageddon. Das ist jetzt zwar kein schöner Rahmen und kein schönes Ende, aber es ist immerhin eine Antwort aufs Leben und auf den Sinn des Lebens. Und dann ist das alles nicht mehr da. Und dann war ich Wochen im luftleeren Raum und habe mich erst mal wieder neu einsortieren müssen. Also das war anstrengend, das war schmerzhaft, das war und dann natürlich auch befreiend. Ja, ja, also genau so ist es mir ja auch ergangen. Bei mir war es ein etwas längerer Prozess vielleicht. Also nee, gar nicht eigentlich ein viel kürzerer Prozess, weil bei dir hat es ja 23 Jahre gedauert. Aber ich sage mal, von dem Moment, wo ich angefangen habe, irgendwas stimmt doch hier nicht, bis so, okay, das ist vorbei, war nicht 23 Jahre. Also das war schon etwas weniger. Aber trotzdem dieser Realisation dann irgendwann zu haben, wow, der größte Teil, nicht alles, das ist ja immer so, nicht alles war Bullshit, gar nicht, weil sonst würde man auch, glaube ich, nicht so lange dabei bleiben. Sondern vor allen Dingen dieser Lehrer ist nicht das, was ich dachte, was er ist. Und damit war das natürlich ein ziemlicher Schocker. Aber wie gesagt, ja. Ganz kurz, willst du nicht mal kurzer darauf eingehen, was für eine Sekte, also wo du Zeugen Jehovas? Nee, nee, will ich ja nicht. Nee, will ich ja gar nicht. Nee, das ist auch gar nicht wichtig, weil der Vorteil meiner Sekte ist, kein Mensch kennt die. Nee, das ist der Vorteil. Ich muss da gar nicht in dem Sinne jemanden verwarnen, weil niemand in Deutschland kennt die. Und die Leute, die mich kennen, wissen sowieso, worum es geht. Und die Leute, die mich nicht kennen, müssen das nicht wissen. Weil es ist jetzt nicht so, dass es eine gut getarnte Wohltätigkeitsorganisation ist, vor der man warnen muss oder sowas. Also nicht Scientology, die ständig neue Firmen irgendwie aus dem Boden stampfen. Genau, die aber jetzt, wo ich gesehen habe, ihre Münchner Zentrale zugemacht haben. Also das fand ich interessant. Ja, die München, London, Paris, die haben mehreren Zentralen zugemacht. Ich bin ein bisschen verbunden mit einer Organisation, mit zwei Aktivisten aus der Schweiz. Das sind Anti-Scientology-Aktivisten, die wirklich auch auf die Straße gehen und sich mit denen auseinandersetzen. Da lese ich ab und zu ein bisschen. Was bin natürlich jetzt dann zu sehr an dem Zeugen Jehovas-Konstrukt auch beschäftigt, um mich da mehr um Scientology zu kümmern. Aber interessant, wie perfide die auch vorgehen mit ihren komischen Firmen und Deckorganisationen. Also bei Zeugen Jehovas ist klar, da steht Jehova drauf, da ist Jehova drin. Ja, ja, genau. Mehr oder weniger. Das kommen wir sicherlich nachher auch noch zu, wenn es darum geht, wie gerate ich denn in so eine Gruppe. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu diesen Punkten. Also wir haben ja jetzt ein paar schon angesprochen. Eine ganz wichtige ist, glaube ich, die hierarchische und autoritäre Gruppenstruktur. Ich weiß nicht, wie das bei euch war oder ist. Also streng hierarchisch, ja, ja. Also es geht natürlich los mit der leitenden Körperschaft in New York aktuell. Jetzt neu zehn Männer. Genau, dann geht es weiter mit den Zweigbüros in den Ländern natürlich. Dann kommen die Bezirksaufseher, dann drunter kommen die Kreisaufseher, dann kommen die, also es sind alles Reisende Aufseher. Dann kommen die Älteste der Ortsversammlungen, dann kommen die Dienstamtgehilfen. Also so war das zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob das noch so heißt, Dienstamtgehilfen. Dann kommen erst alle anderen Männer. Ganz am Ende kommen dann die Frauen und die Kinder. Also Frauen haben auch keinen Lehrauftrag. Frauen haben auch insofern, halten keine Vorträge, keine Belehrungen. Dürfen also auch keine Männer belehren natürlich. Frauen gehen von Haus zu Haus. Sie sind, also dieses ganze Predigtwerk, also schultert zum Großteil auf den, oder lastet auf den Frauen. Sie sind gute Mütter und Ehefrauen. Sie sind dem Manne untertan. Ich muss das gerade ablesen, weil das kriege ich in meinem Kopf gar nicht mehr richtig hin. Also Heidewitzka. Und der Mann ist natürlich ihr Haupt und dem haben sie sich unterzuordnen, weil die Eva ist ja schließlich auch aus der Rippe vom Adam gemacht worden. Also da ist ihr Platz. Also bei uns war es auch sehr hierarchisch und vor allem autoritär, wobei es bei uns interessanterweise so, also wir hatten auf jeden Fall natürlich den Guru, so nenne ich ihn jetzt mal. Da war wie gesagt, da kam man auch gar nicht ran. Nein, das war unmöglich. Aber es gab dann einige Leute, die quasi schon, also zwei Personen, die sozusagen seine Vertreter waren. Das waren Frauen, Vertreterinnen. Also bei uns war es relativ geschickt gemacht. Also ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es ist wirklich, ich sage bei uns immer, wir sind schon so Sekte 2.0 gewesen. Ich glaube, Zeugen Jehovas ist so Sekte 1.0. Das ist so, wenn man heute Leuten von Zeugen Jehovas erzählt, dann glaube ich, die meisten Leute wissen, dass das eine Sekte ist, dass die alle ein bisschen komisch sind und dass die irgendwie daran glauben, dass nur 144.000 Leute den Weltuntergang überleben. Das hat fast jeder schon mal gehört. Da bist du aber falsch informiert. Das solltest du mit der Tür aufmachen, wenn die klingeln bei dir. Ja, mach ich mal. Wie viele überleben denn? Also es sind ja acht Millionen Zeugen Jehovas weltweit auf diesem Erdenrund und jeder Zeuge Jehovas, der nach Gottes Maßstäben lebt und seine Anforderungen erfüllt, kommt ins Paradies. Das auf der Erde praktisch, also dieser Erdball wird nicht vernichtet, sondern hier auf dieser Erde wird ein Paradies entstehen und da kannst du dann grasfressende Löwen streicheln und solche Sachen machen. Also 144.000 aus diesen ganzen Zeugen Jehovas, die es je gegeben hat, beziehungsweise auch schon zu Jesu Zeiten, ich weiß gar nicht, wann die genau mit dieser Einsammlung angefangen haben. Also 144.000 kommen in den Himmel. Die kommen zu Jesus und werden von dort aus mit ihm als Priester und Könige über die Erde regieren. Halleluja. Und der Rest bleibt auf der Erde, genau. Okay, aber im Paradies wenigstens. Also sie haben schon was davon, wenn sie jetzt dabei sind. Ja, die kommen alle ins Paradies. Wer will denn in den Himmel? Also ich wollte da nie hin. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Zweiklassengesellschaft. Das ist eine Zweiklassengesellschaft. Und die leitende Körperschaften, die kommen natürlich in den Himmel, das ist klar. Genau, aber was ich sagen wollte, das ist so ein bisschen so klassisch und ich glaube unsere Gruppe, da ist auch dem Guru schon natürlich bewusst gewesen, dass man natürlich schon was weiß über Sekten. Also das ist ja jetzt die, das hat sich ja, also unsere Gruppe hat sich so gegründet um die Jahrtausend, ein bisschen kurz vor der letzten Jahrtausendwende, da gab es ja schon all diese ganzen Sektengeschichten. Also alles von Osho, Jonestown, Heaven's Gate und so, das wusste man ja schon alles. Und ich glaube, in diesen neueren Gruppierungen geht man viel offensiver auch mit dem Sekte-Sein um. Also bei uns wurde immer darum von geredet, wir sind ja eine Sekte, alle haben gelacht. Und all diese Punkte wurden auch teilweise sehr offen kommuniziert und indem sie so offen kommuniziert wurden und auch vor allen Dingen natürlich in einen spirituellen Kontext gebracht wurden. Also all das, was wir jetzt nachher noch auf, also alleine hier ein weiterer Punkt, der auch zeigt, okay, das könnte vielleicht eine Sekte sein, ist, dass diese Gruppen unfassbar viele Regeln, Rituale haben. Der ganze Tag, die ganze Woche voll ist mit Sachen, die man machen kann, die irgendwie mit dieser Gruppe zu tun haben, sodass man eigentlich gar nichts anderes mehr machen kann. Das ist zum Beispiel auch was, was natürlich positiv dargestellt wird. Es wird gesagt, ja, das ist ja alles dazu da, um in unserem Fall dein Ego abzuschleifen, damit nur noch dein wahres Selbst übrig bleibt. Also ich glaube, das ist ja sowieso auch in jeder dieser Gruppen immer das Zentrale, dass an dir irgendwas nicht stimmt. Und das kann sein, ich sehe das immer jetzt hier, wenn ich bei YouTube was gucke, dass dir dein Millionär-Mindset fehlt. Deshalb wirst du nicht reich an den Börsen. Aber wenn du meinen Kurs machst, dann kannst du dein Millionär-Mindset machen. Aber das kriegst du natürlich nur, wenn du es bei mir machst, weil ich bin der Einzige, der es dir sagen kann. Und all die Regeln, die ich dir sage, um das Millionär-Mindset zu kriegen, die musst du strikt befolgen, sonst schaffst du es nicht. Und wenn du die nicht befolgst, hast du selber Schuld. Du willst ja dann anscheinend das Millionär-Mindset nicht. Und das ist jetzt genau die gleiche Rhetorik, hast du natürlich auch bei spirituellen Gruppen. Wenn es um jetzt, du willst ja deinen Seelen heilen. Dir wird gesagt, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht. Sei es die Erbsünde oder irgendein anderes Problem oder dein Karma oder so. Also auf jeden Fall bist du ja nicht okay. Und der Lehrer, die Lehrerin und das Dogma, das hilft dir, das zu überwinden. Also ich glaube, das wird ja dann positiv dargestellt. In Wirklichkeit sind diese ganzen Rituale und dieses ganze Drumherum natürlich auch dazu da, damit du gar nicht erst auf andere Gedanken kommst. Dass du wirklich gar nicht auf die Idee kommst, dass du auch noch ein anderes Leben haben könntest. Ich meine, wir haben hier den Vorteil gehabt, wir waren hier in Deutschland, da waren wir ein bisschen weiter weg. Also dazu muss ich sagen, unser Lehrer war in Amerika. In Amerika war es viel stärker, so wie man sich das vorstellt, eher bei einer Sekte. Hier war man weiter weg davon, hatte mehr Freiheiten. Das war der Vorteil, deswegen bin ich vielleicht auch länger drin geblieben, weil es sich teilweise auch nicht so schlimm anfühlte. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir noch so einfällt. Also wo ich sagen will, die neueren Sekten, die wissen, dass wir über Sekten was wissen. Das hast du ja zum Teil an der Schule schon gelernt und müssen ein bisschen aktiver und direkter damit umgehen. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also da weigern sich zum Beispiel Zeugen Jehovas ganz vehement. Also sie wollen auf gar keinen Fall Sekte genannt werden, auf gar keinen Fall. Also sie sagen auch, wir sind keine Sekte, wir sind die einzig wahre Christenheit. Das einzig wahre Christentum, genau. Einzig waren Christen und Urchristen und alles andere sind Sekten. Also Sekten zum Beispiel, sagen sie, katholische Kirche ist eine Sekte, weil die folgten dem menschlichen Führer nach. Die haben ihren Papst, das ist eine Sekte. Und dann denke ich mir, schaut mal nach New York, ihr habt gleich zehn davon. Aber das ist natürlich, so sehnt es Zeugen Jehovas auch nicht, ganz klar. Also sie folgen ja Jehova und Jesus nach und sind aber genauso auch, wie du es beschrieben hast, natürlich auch Tag ein, Tag aus, Dauerbeschallt mit Wachtturm-Literatur, mit diesen ganzen Lehren. Das ganze Leben ist so eng getaktet, es geht los mit Tagestextlesen, also jeden Morgen dann Bibelferslesen. Also ich sage es so Tagesmantra, dass du ein bisschen eingestimmt bist auf den Tag. Dann hast du die ganzen Vorbereitungen für Wachtturm-Studium, für Heim-Bibel-Studium, dann hast du mit den Kindern noch ein Bibel-Studium, dann gehst du in den Königreichssaal dreimal die Woche, da hast du wieder Bibel-Studium, da hast du dann Wachtturm-Studium, dann hast du einen öffentlichen Vortrag, dann hast du die theokratische Predigtdienstschule, auf die musst du dich auch noch vorbereiten. All diese Dinge, also das ist sehr, sehr eng getaktet und die Köpfe dieser Menschen da drin, die sind so voll mit diesen Lehren der Zeugen Jehovas, merken auch zum Beispiel nicht, dass sie gar nicht die Bibel studieren. Die studieren ja nur Wachtturm-Literatur. Also die Wachtturm-Gesellschaft, das ist der hauseigene Verlag der Zeugen Jehovas. Das sind immer so zwei Paar Schuhe, Zeugen Jehovas und Wachtturm-Gesellschaft, wirft es immer gerne in einen Topf. Also rechtlich sind es sogar zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist der Verlag, die Wachtturm-Gesellschaft, die diese religiösen Lehren der leitenden Körperschaft abdrucken und das Volk bringen zu ihren Gläubigen. Und da ist man natürlich ganz eng drin und dauerbeschallt. Und das war zum Beispiel zu Zeiten der Pandemie, also Pandemie war da wirklich, würde ich sagen, ein Glücksfall für viele Zeugen Jehovas in der Tat, weil Königreichsseele waren geschlossen. Also man ging nicht mehr in den Königreichssaal, man hat sich zu Hause bei Zoom hingesetzt und hat sich seinen Vortrag angeschaut oder an den Programmpunkten teilgenommen. Der Predigtdienst war eingestellt weltweit für zwei Jahre und da saßen viele einfach zu Hause und haben sich mal aus Versehen bei Google vertippt und waren also auch dieser Dauerbeschallung nicht mehr so ausgesetzt. Und wir vom Opferhilfeverein stellen auch fest, es waren wirklich sehr viele Menschen, die da erwacht sind. Ich weiß jetzt, erwachen ist in unserer Zeit ein blödes Wort. Vor allem beim Wachturm, ergibt doch auch erwachet, oder? Erwachet, genau. Genau, erwachet. Ein paar davon habe ich hier auch immer rumliegt. Ich fand diese Bilder immer so schön, diese Kitschbilder, die fand ich immer schon faszinierend. Aber das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil das war bei uns tatsächlich, also nicht jetzt bei mir so unbedingt so, es gab andere Punkte, aber es hat auch bei uns Leute diese einfach, ich glaube, das weiß ich ja gerade, diese Dauerbeschallung, wie du es gerade nennst, die ist ja ganz wichtig und sobald die aber weg ist, und das erzählen ja ganz viele Aussteiger, egal welcher Gruppe, weil sie krank waren und plötzlich zwei Wochen im Krankenhaus lagen oder irgendwas anderes war, dann fangen sie an plötzlich nachzudenken. Aber vorher ging das ja gar nicht. Also deswegen ist die Covid-Krise, war definitiv, glaube ich, für viele solcher Gruppen ein Faktor, das habe ich jetzt auch allen möglichen Ecken schon gehört, weil du einfach mal über was anderes nachdenken kannst oder reflektieren kannst oder dich auch wirklich mal fragen kannst, sag mal, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Ist das so, oder wie du sagst, man googelt plötzlich mal oder solche Sachen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der einem auch verrät, warum eben auf der anderen Seite dieses von morgens bis abends Beschäftigen mit der Lehre, mit dem Lehrer so wichtig ist, eben nicht jetzt, um spirituell zu wachsen unbedingt, sondern damit du gar nicht erst hinterfragst und schön in der Gruppe bleibst. Und dann hast du auch gerade noch was gesagt, so von wegen die Zeugen Jehovas, sie sind so die Wahrheit. Sie sagen, die eine, also die katholische Kirche ist eine Sekte, wir sind eine Wahrheit. Also ich glaube, dieses elitäre Denken, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das war bei uns natürlich auch so. Aber auch da gab es wieder, ich sage mal, dieses Sekte 2.0-Prinzip. Auf der Oberfläche wurde immer so gesagt, wir akzeptieren alle und wir hören allen und jeder kann kommen, alle dürfen sein, wie sie sind. Aber sobald diese Leute weg waren oder sobald man dann wieder unter sich war, wurde meistens nicht gerade positiv über diese anderen Gruppen gesprochen. Und das könnten sogar Gruppen aus der gleichen Ideologie sein. Also das war jetzt nicht unbedingt nur, weil es eine ganz andere Vereinigung war, sondern es wurde immer impliziert, das, was unser Lehrer sagt, das ist die höchste Wahrheit. Das ist auch die Interpretation der Heiligen Schrift, die überhaupt die einzig wahre, die beste ist. Und er ist auch der Einzige, mehr oder weniger, der das richtig versteht. Also das wurde manchmal direkt gesagt, nicht so oft. Da wurde auch, also unser Lehrer war auch immer sehr bedacht, darauf zu gucken, wer ist gerade im Raum. Also ich bin immer sehr verwundert, wenn ich so diese Sekten-Dokus gucke, wo die alles mitgefilmt haben und wo dann in den Dokus diese ganzen Gespräche und alles aufgezeichnet wurde. Und man denkt sich, wow, wir haben auch viel gefilmt, aber immer nur das Positive. Und immer wenn irgendwie, also was komisch war, hat der Lehrer immer gesagt, jetzt mach die Kamera aus, mach das Mikro aus, weil eben, glaube ich, schon klar war, irgendwie, sei es bewusst oder unbewusst, früher oder später sind das natürlich Dinge, die könnten ihm um die Ohren fliegen. Also, aber das ist halt wirklich so dieses, ja, die anderen, die sind vielleicht okay, die sind jetzt auch nicht so, das war jetzt keine Hasspredigt oder so. Das ist auf keinen Fall. Aber es war definitiv impliziert, wir, unsere Lehre, unser Lehrer, das ist das Nonplusultra und alles andere, naja, so, kann man machen, aber besser ist, was wir machen. Also, das ist wirklich eigentlich ziemlich bitter, dass es bei Zeugen Jehovas schon auch um Hass geht, weil die sind ja auch angehalten zu hassen, was Jehova hasst. Also, sie hassen natürlich die Aussteiger, sie hassen die Abtrünnigen sowieso und sie hassen, hassen, hassen. Also, dieses erinnert mich fast so ein bisschen an, wie heißt dieses Buch von George Orwell, 1984? Genau, da geht es auch um diese Hass-Speeches und so. Also, es ist so, wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, wie ähnlich. Also, und auch mit diesem Bildschirm da, mit dem Zoom-Bildschirm und das ist so, da gibt es so Parallelen, das ist so Big Brother is watching you. Also, es ist, ja gut, ich meine, dieses Überwachungsding, da kommen wir ja dann, glaube ich, auch noch drauf, spielt natürlich auch eine Rolle. Zeugen Jehovas haben auch die einzige richtige Bibelübersetzung, weil nur sie richtig verstehen, wie diese ursprünglichen Schriftrollen zu verstehen sind. Also, die sind so elitär in ihrem Denken, sie sind the one and only und nur durch sie gibt es Rettung und Seelenheil und es ist auch, der Zeuge Jehovas in seiner Bubble hinterfragt ja auch nicht. Also, es ist ja auch, entweder ist der Geist dann wieder zu klein oder wenn du halt mal ein paar kritische Fragen stellst, dann wirst du gleich schief angeschaut und dann hast du ein ältestengespräch, bist du, liest du abtrünnigen Literatur. So, oder beschäftigst du dich mit abtrünnigen Internetseiten und dergleichen. Und dann hält man halt dann lieber mal den Mund, bevor man da gegen die Wand läuft. Auch das ist ja, ich sag mal, in der Liste der, also, es gibt tatsächlich so Listen. Deswegen, also, das war für mich auch so ein Punkt, als ich die mal gefunden habe beim Googlen, also von verschiedenen Gruppen, Aussteigergruppen, Sektengruppen, also Aussteigersekten, Aussteigergruppen, diese zusammengestellten, so, woran erkennt man das? Die gehen wir ja gerade so ein bisschen durch. Und was dazu gehört eben auch, dass Infragestellen und Zweifel oder Dissens sind nicht erwünscht oder werden sogar bestraft. Also, bei den Zeugen Jehovas hast du es gerade genau beschrieben. Bei uns war das auch wieder so Sekten 2.0. Das war definitiv nicht so, dass man bestraft wurde und man durfte auch andere Sachen lesen. Und es gab auch Runden, wo der Lehrer da saß und man konnte dann Fragen stellen und so. Aber es war natürlich so, dass sehr stark impliziert wurde oder impliziert werden konnte vom Lehrer, wenn die Frage, die man gerade stellte, dumm war. Also, sprich, dumm nicht dumm, sondern wenn sie jetzt nicht dem entsprach, was der Lehrer gerne erzählen wollte. Also, wenn man jetzt wirklich was in Frage gestellt hätte und er war natürlich rhetorisch extrem geschickt, das muss man auch dazu sagen. Also, das müssen diese Leute auch, glaube ich, sein. Also, wenn es jetzt um eine Gruppe geht, die wirklich diese eine Person ganz oben hat, die sind ja oft sehr eloquent. Und dann war es ganz schnell so, dass man gemerkt hat, okay, diese Fragen stelle ich besser nicht. Also, entweder wurde die gar nicht beantwortet, das gab es auch ganz oft, dass er die dann nicht beantwortet hat, weil die jetzt vielleicht unangenehm gewesen wäre oder blöde. Oder man selber auch sehr schnell in diesem, weil bei uns war das immer sehr oft ganz öffentlich, also eine große Gruppe von Leuten, der Lehrer war da und dann stellte man Fragen. Und wenn man gemerkt hat, jetzt ist man so an so einem Punkt angekommen, wo der Lehrer auch so ein bisschen, er konnte einem das sehr gut spüren lassen und sagt dem Motto, okay, jetzt halt mal die Klappe. So, ne. Und das hat man ja gelernt. Und ich weiß auch gerade in Anfangsjahren, viele Leute, die in der Gruppe waren, die haben überhaupt keine Fragen gestellt. Die haben auch gesagt, mir fällt gar keine Frage an, ich traue mich gar nicht, ich habe Angst, eine Frage zu stellen. Weil da so eine, ich sage mal, Ego-Power des Lehrers auch war. Also, wir reden irgendwann ja über narzisstische Persönlichkeiten, jetzt gar nicht unbedingt heute in dem Podcast, weil das ist doch mal ein größeres Thema, die aber extrem sich deckt mit dem, was wir hier heute besprechen. Und das, die können das ja auch ganz gut. Und das fand ich immer faszinierend. Und viele Fragen konnten einfach nicht gestellt werden und wurden auch irgendwann nicht mehr gestellt. Vor allen Dingen nicht von den Schülern, die lange dabei waren, weil du hast quasi gelernt, was okay war und was nicht okay war. Und wenn mal neue Leute dazu kamen, die dann so eine Frage gestellt haben, dann hat das, wurde es auch schnell abgeblockt oder umschifft oder, ne. Also, wirklich kritisch konnte man eigentlich nicht sein. Ich hatte jetzt gerade so dieses Bild. Die einzigen Fragen, die Zeugen Jehovas offiziell stellen dürfen, sind die, die im Wachtturm schon abgedruckt sind. Das ist ja, wenn du zum Wachtturm-Studium gehst, dann hast du so einen Artikel, den liest du, der hat verschiedene Absätze. Und zu jedem Absatz gibt es dann unten in der Fußnote eine formulierte Frage. Und diese Antwort, wenn du die Frage liest, also so wird es auch im Königreichssaal gemacht, dann wird diese Frage gelesen. Und dann gehst du in den ersten Absatz und dann musst du den Satz nur raussuchen, wo die Antwort steht. Und dann liest du die Antwort vor, darfst dich melden, darfst die Antwort vorlesen und dann geht es zum nächsten Absatz. Also, diese Fragen sind vorgegeben. Und das ist ja auch so, ich nenne es Weichspülprogramm fürs Gehirn. Also, du kommst dann selber gar nicht mehr wirklich zum Denken. Du bist nur noch mit dieser eigenen, sogar die Fragestellung ist diktiert. Also, das ist, und auch das merken die Anhänger nicht. Also, dass das eigene Denken komplett unterdrückt wird. Und kritische Fragen, ja, gut. Ich glaube, das ist der Punkt ja schlechthin, das eigene Denken unterdrücken. Also, ich glaube, vor allen Dingen die eigene Intuition unterdrücken, das schien mir immer ein ganz wichtiger Punkt. Also, mir ist irgendwann klar geworden, also bei uns ging es sehr viel um das Ego. Also, eigentlich sind wir gesteuert von unserem Ego. Das Ego ist unser Feind. Und alles, was in irgendeiner Form dem widerspricht, was der Lehrer oder die Lehre sagt, ist nur unser Ego. Das heißt, damit hast du es automatisch ja schon negiert. Also, das war ja klar. Und wenn du das gelernt hattest in dem Moment, dann hast du zwar vielleicht Widerstand gegenüber irgendwas gehabt, was jetzt der Lehrer sagt, aber du hast deswegen allein schon nicht die Frage gestellt oder es kritisch hinterfragt, weil du dachtest, ah, mein Ego versucht mir jetzt einzureden, das ist jetzt gar nicht richtig. Und deswegen sage ich mal nichts. Und in Wirklichkeit war das vielleicht eine Intuition, die ehrlich gesagt hat, ist das alles so richtig? Ist das okay? Aber dadurch, dass die intuitive Stimme quasi fast gleichgesetzt wurde mit dem Ego, ist das so passiert, dass Leute eben keine Fragen mehr gestellt haben, selbst wenn sie das Gefühl hatten, irgendwas stimmt da nicht. Weil dieses Gefühl, das stimmt da nicht, konnte ja nicht richtig sein, weil im Umkehrschluss, dann hätte ja bedeutet, der Lehrer hat was Falsches gesagt. Aber da der Lehrer ja perfekt ist, geht das ja nicht. Also, verstehst du? Das ist dieses Konstrukt. Und ich glaube, das hast du in vielen Gruppen, wo eben auch irgendeine Lehre ist oder irgendeine Führungsperson, wo du einfach dann deine eigenen Intuition, deinen eigenen Gefühlen, deinen eigenen Gedanken gar nicht mehr vertraust, weil ja die Wahrheit liegt ja auf der anderen Seite. Ja, die Zeugen Jehovas haben dann ein Bibelferst dazu, im Prediger schießt mich tot, es steht, lasst uns eine neue Persönlichkeit anziehen. Also, da wird das tatsächlich so auch benannt, dass das Ego, das ist jetzt eine andere Sprache. Also, ich meine, die Mechanismen sind ja alle sehr ähnlich in den Sekten und jeder nutzt halt vielleicht noch ein bisschen anderes Wording. Aber es ist ja auch so, so wie du bist, bist du nicht richtig. So wie du bist, bist du falsch und fehlerhaft. Und so will dich Jehova Gott einfach nicht. Und lass uns eine neue Persönlichkeit anziehen. Genau. Und dann wird so, wie Stephen Heston das auch in seinem Byte-Modell beschreibt, so diese Sektenpersönlichkeit gezüchtet mit diesen Mechanismen. Das wird dann so parallel zum echten Ich mit dieser Sektenpersönlichkeit hochgezüchtet. Das wahre Ich ist irgendwo drunter verschüttet. Genau. Und wird dir als falsches Ich verkauft. Das ist, glaube ich, der ganz perfide, das ist der super perfide Switch, der gemacht wird. Also, das, was du beschreibst, dieses wahre Selbst, was man, was man vielleicht wirklich ist, das wird quasi durch dieses Sekten-Ich ersetzt. Aber das Sekten-Ich ist eigentlich dein wahres Selbst. So wird dir das verkauft. Und komischerweise ist das wahre Selbst, aber im besten Fall so wie alle anderen. Also, eigentlich geht es ja darum, eine Art, ich sag mal, böse gesagt, ein totalitäres System zu erschaffen, wo alle quasi so gleich sind, aber im Sinne von Ameisenhaufen identisch. Und am besten alle so ähnlich wie der Anführer, die Anführerin. Also, das ist ja das Vorbild, das Beispiel. Und das wurde auch bei uns direkt so gesagt. Am besten ist, wir werden alle so wie der Guru. Und dann hat man gedacht, ja, das stimmt, er ist ja der perfekte Mensch. Im System gibt es den perfekten Menschen. Ich will ja der perfekte Mensch werden, aber dafür muss ich ja alles Mögliche ändern an mir, weil das ist ja alles imperfekt, weil sonst wäre ich ja nicht hier und sonst würde mir ja nicht gesagt, dass ich nicht in Ordnung bin, wenn das so wäre. Also, das sind all diese Mechanismen und daraus entsteht dann genau diese Sekten-Persönlichkeit und irgendwann glaubt man dann eine Weile, das ist man auch oder man strebt sogar danach und bis man dann irgendwann merkt, nee, ich glaube, das ist alles doch nicht so richtig. Mir ging dann auch tatsächlich so, dass diese beiden Frauen bei mir an der Tür standen oder wenn ich Zeugen Jehovas auf der Straße sehe mit ihren Trolles, ich schaue die an und denke mir, ihr seid so leblose Hüllen. Wo bist du Mensch, wenn ich in deine Augen schaue? Wenn ich deine Augenblicke, wo ist deine Seele? Wo bist du? Wer bist du? Und er weiß es ja nicht mal selber. Also, das sind so, wie so Avatare. Also, und das tut mir so leid für diese Menschen. Und ich finde das wirklich erschreckend, wie solche Mechanismen so wirken, dass der Mensch, wie er eigentlich gedacht war, wie er auf diese Welt gekommen ist mit all seinen Eigenheiten, dass der nicht da ist, der ist abwesend. Wo ist der? Also, schlimm. noch ein Punkt, der glaube ich auch bei den Zeugen Jehovas, wie ich das verstehe, also dieses Vorschreiben, wie du leben sollst. Das ist ja auch ein ganz, ganz essentieller Punkt bei sektenähnlichen Strukturen. Also, im schlimmsten Fall wird dir ja jede Handlung vorgeschrieben. Wie du dich anziehst, wie du dich wäschst, wie du aufs Klo gehst, wie du meditierst, betest, Mantren singst, wie du gehst, also das geht ja und auch das ist ja, geht ja in die gleiche Richtung. Also, das sind ja dann nicht deine normalen, also, jeder hat ja seine Weise, wie er sich anzieht, sag ich mal. Und mal wird es ganz extrem, dann haben alle, also bei den Krishnas oder bei Osho konnte man das mit diesen roten Gewändern oder es, bei uns ging es eher so, darum ja, man sollte sich so ein bisschen unauffällig und ein bisschen keusch, sag ich jetzt mal, kleiden. Also, Frauen sollten keine kurzen Röcke, keine Hemden anziehen, sondern man sollte nicht auffallen, dieses unsichtbar werden in der Gesellschaft so ein bisschen. Darum ging es auch so. Und aber auch unser Lehrer hat auch, also, je nachdem, wie man das erlaubt hat, wenn man es ganz richtig gemacht hätte, hätte man den Lehrer, das war eigentlich die Vorgabe, auch gefragt, für jede große Lebensentscheidung umziehen, Job wechseln, heiraten, Kinder kriegen, all diese Dinge, das war eigentlich nur okay nach Absprache mit dem Lehrer und wenn der, der Ansicht war, nee, ihr heiratet mal nicht oder nee, du wechselst deinen Job nicht oder nein, du fährst morgen nicht in Urlaub, dann bist du nicht gefahren, wenn du ein guter Schüler warst. Wir waren nicht über gute Schüler zum Glück, aber im Optimalfall ist es bei uns auch so gewesen. Es wurde extrem viel vorgeschrieben und gerade diese großen Sachen und wenn man das mal nicht gemacht hat, dann konnte man sich auf was gefasst machen, also, dann konnte der Lehrer aber auch so richtig ausrasten und das ist dann auch wieder natürlich keine freie Entscheidung gewesen, sondern ganz klar, man stand unter der Fittiche oder man wurde fremdbestimmt. Das ist bei Jehovas Zeugen ähnlich, also es ist schon sehr diktiert, also es greift schon sehr in die Persönlichkeitsrechte der Menschen ein. Zeugen Jehovas sind, ich nenne sie bildungsfeindlich, also es wird davon abgeraten, die Kinder auf eine Universität gehen zu lassen, um ein weltliches Studium aufzunehmen, also Geisteswissenschaften auf gar keinen Fall. Es wird argumentiert damit, dass man im Paradies, das jetzt sehr bald kommt, Klammer auf, seit 150 Jahren, Klammer zu, da braucht man keine Rechtsanwälte und da braucht man auch keine Ärzte, sondern wir brauchen dort Handwerker, Installateure, Gärtner, solche Dinge, sollen Handwerk erlernen und also nicht die Zeit mit höherer Bildung verschwenden. Natürlich will die Organisation nicht, dass diese Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auf eine Uni gehen, mit Geisteswissenschaften, mit Physik, mit Darwinscher Theorie in Verbindung kommen und vielleicht doch mal was von der Evolutionstheorie hören oder andere wissenschaftliche Dinge dann vom Glauben abfallen, was natürlich auch immer wieder passiert logischerweise bei den Kindern, die auf die Uni dann dürfen, also deren Eltern sich über dieses, über diese Empfehlung, sagen sie es immer recht freundlich, in die Führung hinwegsetzen. Genau. Dann geht es auch darum, dass, ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren, man war Chernobyl 86, glaube ich, da hieß es dann auch, das Ende ist wieder ganz nah und es ist jetzt, man soll in diese Welt keine Kinder mehr setzen, 75 ja auch, keine Kinder mehr in die Welt setzen, die Kinder, die da waren, die Jugendlichen, die brauchten auch keinen Beruf mehr erlernen, weil es lohnt sich alles nicht mehr, weil Hammer geht und kommt ganz bald. Und diese Gläubigen, die haben zum Teil Hab und Gut verkauft und sind in ganz entlegene Gebiete in der Welt gezogen, um da auf den letzten Meter noch Menschenleben vor Hammer geht und zu retten. Die haben das Geld zum Teil der Organisation gespendet und all solche Dinge. Ja, also es ist ganz, ganz, ganz krude. Und auch, ja, Kindererziehung ist es auch, das war noch so ein Punkt, der mir auch am Herzen liegt. Ich halte die Organisation der Zeugen Jehovas für absolut kindeswohlgefährdend. Zu meiner Zeit hat man noch ganz viel mit körperlicher Gewalt gearbeitet. Also wenn ein Kind im Königreichssaal mal nicht still war, so ein zwei-, dreijähriges Kind, das müde ist, abends um neun oder um acht, ist halt dann in den Nebenraum gezerrt worden und da geschlagen worden. Also das jeden Abend dort im Königreichssaal schreien die Kinder aus dem Nebenraum zu hören. Das gibt es natürlich auch im Bibelfers dazu, wenn du deinen Sohn lebst, dann suchst du in Sicherheit mit Züchtigung oder ersparst du ihm die Route nicht und das macht für der Tochter natürlich auch keinen Halt. Und die Organisation hat sich aber allerdings davon offiziell von dieser Lehrmeinung etwas verabschiedet. Wie es dann wirklich gehandhabt wird, weiß ich auch nicht, weil die heutigen Eltern sind ja auch die Kinder von gestern und haben ihre Prägungen und Erziehungsmethoden halt vermutlich auch mitgenommen. Das eine ist die körperliche Gewalt an Kindern, was ich ganz, ganz schlimm finde und was mit Sicherheit bis heute noch der Fall ist, ist die psychische und seelische Gewalt, die Kinder in solchen Konstrukten und auch bei den Zeugen Jehovas erfahren. Da ist die Angst vor Satan und vor seinen Dämonen, die sie gestalten, sind real in der Welt der Zeugen Jehovas und erst recht in der Welt der Kinder, wo Fantasie noch alles schafft, die abends in ihrem Bett liegen und die Dämonen hausen unterm Bett oder ein Schattenspiel tanzt über die Wand abends durchs Mondlicht, dann sind die Dämonen da und Satan, das sind ganz, ganz tiefsitzende Ängste, die diese Kinder haben und natürlich auch die Angst vor dem Sterben, vor dem eigenen Sterben und vor dem Tod, die sind ja auch dauerbeschallt mit diesem Hammergedon-Thema, mit dieser großen Schlacht Gottes, wo es auch Publikationen für Kinder gibt, wo es auch Bilder gibt dazu, also eindrückliche Bilder in der Literatur, wie diese Schlacht aussehen, wie Menschen bei lebendigem Leib verbrennen oder in Erdspalten fallen und dergleichen und das ist halt, das ist halt so, ich finde das so schlimm, was diesen armen, kleinen Kinderseelen da angetan wird, weil sie vielleicht mal mit dem falschen Spielzeug gespielt haben oder vielleicht doch mal mit einem Freund aus der Schule gespielt haben, oder die Kinder haben natürlich auch nicht nur Angst vor dem eigenen Sterben und vor dem eigenen Tod, sondern auch, was ist mit Oma und Opa, die keine Zeugen Jehovas sind, was ist mit dem Schulkamerad, den man eigentlich doch ganz nett findet, so und diese Zeugenkinder sind felsenfest davon überzeugt und auch so indoktriniert, das sind alles Wesen, alles Personen, die ich zwar lieb habe, aber die werden bei lebendigem Leib verbrennen, die werden vernichtet von Jehova Gott, genau und das ist, es ist einfach so, wisst ihr, wenn wir in unserer Gesellschaft von Kindeswohlgefährdung hören, egal in welchem Kontext, dann geht immer ein Aufschrei durch die Reihen, schreiben wir immer alle auf, Regierung, du musst was tun oder wo sind die Verantwortlichen, wo ist das Jugendamt, wenn du aber dann sagst, das geschieht im religiösen Kontext, dann heißt, ach so, gut, das ist was anderes, Privatangelegenheit, das geht uns nichts an und das ist so, das macht mich einfach, da wird weggesehen, das macht mich fassungslos und das erschüttert mich zutiefst und da könnte ich losschreien. Das gab es bei uns natürlich auch, also unser Lehrer war natürlich auch der Ansicht, er weiß am besten, wie man Kinder erzieht und das war auch, das habe ich auch erlebt, also dass auch von ihm selber Leute rausgeholt wurden, Kinder und wurden dann im Nebenraum erstmal gespankt, wie man das im Amerikanischen gerne sagt und es war halt auch so, dass die Kinder dann, ganz am Anfang war es noch so, dass es, da waren die Kinder ganz, ganz klein, da konnten sie noch in so einem anderen Raum, da passten dann Erwachsene drauf auf, während jetzt der Lehrer seine Vorträge hielt, aber ganz schnell hat er dann beschlossen, alle Kinder müssen immer dabei sein, was natürlich, also mein Sohn ist jetzt 18, der hat das auch ja alles miterlebt, der hat sich da zum Glück sehr schnell immer rausgezogen auch, also das, da bin ich total erleichtert, dass der irgendwie, er hat irgendwann erkannt, mit 14 darf man in Deutschland nicht zu irgendwelchen religiösen Dingen gezogen werden und das hat er dann auch durchgezogen und wir haben ihn auch nie wirklich da in die Richtung gedrängt, das wurde uns natürlich vorgeworfen, dass wir natürlich ganz schlechte Eltern sind, mir gerne, also ich war auch ein sehr schlechter Vater aus Sicht des Lehrers, weil ich eben meinem Sohn nicht unsere Ideologie und so weiter so nahe gebracht habe, weil ich war immer der Ansicht, Glückwunsch dein Sohn, Glückwunsch dir, sag ich ja auch immer, also ich bin so froh, aber meine und auch die meiner Frau, die Einstellung war eigentlich immer, ja nur weil wir das machen, heißt es ja nicht, dass unser Sohn das machen muss, weil wir ja eingestiegen sind, für uns war das ja jetzt nicht die, also in meinem Fall, das Interessante ist ja, ich persönlich habe das ja nicht als die einzige Wahrheit gesehen, ich habe gesagt, ja okay, das ist jetzt so unser, unser Trip, sag ich mal, aber es gibt viele andere, die man machen kann, während, Moment, ich muss mir eben hier ablehnen, während, während unserer Lehrer das natürlich anders gesehen hat und fand das natürlich gar nicht gut und wenn dann die kleinen Kinder dann stundenlang, der Lehrer hatte ja auch gerne zwei, drei Stunden am Stück geredet, wie das solche Leute auch gerne tun und die hat das natürlich null interessiert und dann durften sie nicht mal malen und wenn sie dann gequengelt haben, dann musste jemand anders mit ihnen rausgehen, es war Geschrei, wenn es dann ganz schlimm wurde, irgendwie, das hat er selten gemacht, aber ich habe es erlebt, wie er dann mit dem Kind raus und hat es dann gespankt, kam er wieder, Kind war am Heulen und als Eltern sitzt man dabei und ich meine, heute frage ich mich echt, what the fuck, warum habe ich das zugelassen? Also das ist für mich eine der schlimmsten Sachen, dass ich das zugelassen habe, nicht nur bei meinem eigenen Sohn, zum Glück ist das nur selten passiert, weil wir auch nicht so oft da waren, aber ich habe es auch baden, ich bin nicht eingegriffen, ich habe nicht gesagt, hallo, was machst du denn da? Sondern ich war voll in dieser Trance-Welt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll und habe das hingenommen und da schäme ich mich heute total für, weil ich denke, what the fuck, an keiner hat eingegriffen, weil alle der Ansicht waren, das ist jetzt richtig, dieses Kind, das muss jetzt mal gezüchtigt werden. Ich denke so, hoa, furchtbar, also, aber gut, das sind so, und es ist ja auch so, dass der Lehrer ja generell keiner Autorität gegenüber rechenschaftspflichtig ist, also maximal Gott, aber Gott ist ja nicht, also ist ja Interpretationssache des Lehrers, weil nur er hat ja die beste Connection, der kann ja immer sagen, alles, was ich mache, ist von Gott und wenn wir sagen, ja, das war jetzt aber doof, ja, dann musst du dich mit Gott alles aeneinandersetzen oder sowas und das eben auch, ich glaube, auch in jeder dieser Gruppen ist so dieses, das Ziel rechtfertigt die Mittel, ist ja auch so ein Prinzip, was in Insekten oft zu finden ist, im Extremfall, dass wer jetzt die Doku über Osho gesehen hat, dass sie dann irgendwelche kalten Buffets mit irgendwie vergiften, damit die Leute nicht zur Wahl gehen können oder es werden Attentate verübt auf irgendwelche Politiker, die einem, also das gibt es ja, gab es ja alles, aber auch sowas wie das Ziel ist, einen guten Schüler zu erschaffen, also kann ich den jetzt auch als Kind zum Beispiel schlagen oder ich kann mit ihm auch sonst schlecht umgehen, also das, ich glaube, der Zweck heiligt die Mittel, den findet man auch im Umgang mit Erwachsenenmitgliedern, also ich sage mal, beschämen, schuldig fühlen und so, das sind ja ganz klassische Methoden, die jeder dieser Sektenführer einsetzt, um die Schüler klein zu halten. Ich habe es zigmal erlebt, dass Leute beschämt fertig gemacht wurden vor allen Leuten, also bei uns gab es auch immer, also was ja auch ganz beliebt ist bei allen möglichen Sekten, ist so dieses Tribunalähnliche, das heißt manchmal der heiße Stuhl, der hot sieht, die beichte, also dass man in einer großen Gruppe ist, der Lehrer, die Lehrerin sucht sich einen der Schüler aus und macht den jetzt völlig fertig. Manchmal sogar, ich war mal einmal dabei, da hat er dann einer Frau gesagt, warum kiffst du eigentlich noch? Und die Frau sagt, ich kiffe überhaupt nicht, mehr schon seit Jahren nicht, doch, und dann ging das eine halbe Stunde, bis die Frau irgendwann zugegeben hat, dass sie kifft, das erinnerte mich jetzt so an, ich sage mal, ganz böse gesagt, chinesische Staatsfolter, so ein bisschen, so nach dem Motto, wir werden dich so lange foltern, bis du sagst, was ich hören will. Und das war ganz schmerzhaft, und ich habe das selber auch ganz oft erlebt, dass das so lange auf Leute eingeredet wurde, bis die Wein da saßen, und das war dann gut für die, weil jetzt haben sie wieder ein bisschen von ihrem Ego abgeschabt, und heute sage ich mir auch, das war Missbrauch, das war ganz klar psychologischer Missbrauch, aber das findet man ja überall, also das ist ja eben auch, egal wo man guckt, diese Gruppierungen benutzen immer diese Prinzipien des Public Shamings, des öffentlichen Beschämens, Schuldgefühle in den Mitgliedern erwecken, Schuldgefühle, dass sie nicht gut genug sind, dass sie die Praxis nicht gut genug machen, dass sie nicht den Lehrer, die Lehren huldigen, dass sie nicht genug arbeiten für die Gruppe, dass sie noch andere Dinge tun in ihrer Freizeit, die nichts mit der Gruppe zu tun haben, das sind ja alles Dinge, wo ich ja ständig in so einem Schuldgefühlskomplex auch sein kann, und wer das bemerkt in so einer Gruppe, in der er ist, der sollte auch vorsichtig sein. Ja, definitiv, also weil du jetzt gerade sagst, dieses Schuldkomplex, das ist bei Zeugen Jehovas auch so, weil egal wie viel Zeit man reinsteckt, für die Glaubensausübung, es ist nie genug. Du warst nie genug predigen, du hast nie genug gebetet, und letzten Endes hast du wahrscheinlich auch nie genug gespendet. Und du bist ständig in der Bringschuld, also du musst immer liefern, 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 und das ist, wir stellen das auch fest, also auch wenn wir mit, von unserem Opferhilfeverein, auch mit Psychotherapeuten außerhalb sprechen, die Sektenmitglieder auch betreuen, die Sektenmitglieder, die wissen das ja nicht, dass ihre Religion ja das eigentliche Problem ist, aber die kommen, die leiden an Erschöpfungsdepressionen, Depressionen, Burnout, können das zwar nicht verknüpfen, aber definitiv kommt es daher. Und was du auch gerade gesagt hast mit diesem Shaming, also es ist so, ich glaube, die Spitze von allem ist bei Jehovas Zeugen, ausgeschlossen zu sein und dann abtrünnig, so wie ich, aber es gibt ja noch ein paar Vorstufen, also bevor du ausgeschlossen wirst, gibt es noch die Vorstufe, bezeichnet zu sein. Dann hat deine Schandtat oder deine Sünde nicht ganz zum Ausschluss gereicht, aber es gibt auch eine Verkündigung von der Bühne und dann wirst du bezeichnet. Und dann geht man mit dir aber eigentlich genauso um wie mit einem Ausgeschlossenen. Also es ist so, es gibt eine interne Gerichtsbarkeit bei Jehovas Zeugen, die haben, das ist in ihrem Religionsrecht verankert, ein eigenes Religionsrecht dürfen sie haben, weil Zeugen Jehovas in Deutschland und Österreich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also in Österreich heißt es ein bisschen anders, glaube ich, in der Schweiz werden sie immer noch aus Sektik führt, weil da ist ja die Landschaft zu bunt, was da alles rumschwirrt an Sektik. Das stimmt. In Deutschland sind sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen so eine Wiedergutmachung aus der NS-Zeit, als Zeugen Jehovas ja verfolgt und hingerichtet wurden. Übrigens auch zwei Frauen aus meiner Familie, die in Berlin Plötzensee geköpft worden sind dafür. Genau, also das ist aber nur so off-topic nebenbei eingeworfen. Und diese interne Gerichtsbarkeit ist ja ein Geschenk, ein Privileg, ist ein Privileg, ein Geschenk unserer Regierung durch diese Erteilung der Körperschaft des öffentlichen Rechts, dass so eine Glaubensgemeinschaft sowas haben darf. Und Religionsrecht, sagt man aber, darf nie über Grund- und Menschenrecht stehen. Aber es steht ständig drüber. Und die Regierenden, die EntscheidungsträgerInnen, die PolitikerInnen unternehmen nichts dagegen. Eine interne Regel bei den Zeugen Jehovas ist zum Beispiel, ist was ganz Massives, ist die Zwei-Zeugen-Regel. Habt ihr schon mal gehört davon? Die Zwei-Zeugen-Regel besagt, wenn du gegen einen Mitbruder etwas vorzubringen hast, dann brauchst du einen Zeugen, der das bezeugt. Beispiel, ein Kind kommt nach Hause und sagt, der Älteste hat mich missbraucht. Dann gehen die Eltern natürlich zum anderen Ältesten und sagen, Ältester B hat, oder Bruder B muss jetzt auch gar kein Ältester sein, hat unser Kind sexuell missbraucht. Dann gibt es, so war es damals zu meiner Zeit, dann gibt es ein Komitee, also ein Rechtskomitee, da sitzen drei Älteste, da sitzt dann der Vergewaltiger oder der Kinderschänder und da sitzt dann das Kind mit dabei und dann müssen die Aussage machen. Und wenn natürlich der Täter sagt, das habe ich nie getan, dann sagt das Rechtskomitee, wenn es keine Zeugen gibt dafür, dann legen wir es in Jehovas Hände, der wird es zur rechten Zeit schon richten. Und so kommt es oder kam es, dass in all den Jahrzehnten ganz, ganz selten ein Kindesmissbrauch, der in den Reihen der Zeugen Jehovas stattgefunden hat, an die Behörden gemeldet wurde. Also das ist praktisch vertuschter Kindesmissbrauch, wird dadurch bewerkstelligt, wird da begangen. Es gab in Australien 2015 eine Riesenverhandlung, ein Mammutprozess mit der Royal Commission. Da sind in Australien 1006 Missbrauchsfälle von mutbarlichen Tätern behandelt worden von Zeugen Jehovas. Und da kam es so richtig ans Licht und wurde mal der Öffentlichkeit bewusst, was diese zwei Zeugenregeln unter Umständen auch bedeuten kann. Und die Ältesten haben ja auch ein geheimes Buch, das ist Hüte, die Herde Gottes heißt das. Davon weiß auch, wissen die meisten Gläubigen glaube ich auch nichts, dass es das Buch überhaupt gibt. Und da steht auch drin, wie die in solchen Fällen umgehen sollen, wenn der Vorwurf des Kindesmissbrauchs aufploppt oder wenn der auf einmal auf der Tagesordnung steht. dann, das ist jetzt die neueste Anweisung, wenn ich richtig informiert bin, dann sollen sie das Zweigbüro in Seltas Taunus informieren oder mit denen Kontakt aufnehmen dort oben. Da steht nicht, sofort die Polizei oder die Behörden einschalten oder den Eltern empfehlen, Anzeige zu erstatten. Das steht da nicht drin. Aber wenn der Königreichssaal Opfer von Vandalismus wird, weil jemand eingebrochen ist, dann steht im Ältestenbruch, man muss die Polizei rufen. Ja, also ich glaube, das Thema Geheimnisse ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Also in vielen sektenähnlichen Gruppen oder Sekten gibt es ja einmal diese zwei verschiedenen Maßstäbe, die an die Schüler und an die führende Person gerichtet sind. Also der leitende Mensch darf meistens viel mehr als die Schüler. Also das geht bis dahin, dass unser Lehrer gerne gesagt hat, macht nicht, was ich mache, sondern macht, was ich sage. Also im Sinne von, also weißt du, er durfte drei Frauen haben, sonst durfte aber niemand mehr als eine mit einem Partner haben. Nur mal als ganz, ganz offensichtliches Beispiel. Und es wurde auch immer viel darüber geredet, dass ja alle Leute nicht angehaftet sein sollen, auch an ihrem Besitz und so. Und er hatte gigantisch teure Hobbys, sei es Fotografieren, seine Hi-Fi-Anlage, er hat ein Riesenhaus gehabt, Autos. Also ich meine, das war jetzt nicht so extrem wie bei Osho mit 20 Rolls Royce, aber es war schon ein total Unterschied zu vielen Schülern, gerade die, die in Amerika gelebt haben, die halt auch für die Gruppe gearbeitet haben und ein sehr geringes Gehalt bekamen, wenn überhaupt. Die meisten haben natürlich freiwillig gearbeitet. Also da war ein Riesengefälle und man hat sich auch immer gefragt, wie ist denn das denn mit der Nicht-Anhaftung an das Weltliche? Warum hast du denn irgendwie 500 Platten? Und warum hast du irgendwie die teuerste Hi-Fi-Anlage, von der ich jemals gesehen habe? Warum hast du irgendwie 30 verschiedene Objektive für deinen... Also es war alles immer so ganz... Also wenn man das so hört, wenn ich das sage, sich wahrscheinlich denkt so, ja, das ist doch völlig blödsinnig. Aber in der Gruppe denkst du natürlich, ja, das ist ja auch, er ist ja schon erleuchtet so ungefähr, er kann das, er ist ja auch nicht angehaftet, auch wenn er das alles besitzt. Er könnte das sofort alles wieder abgeben oder sowas. Also das sind auch so komische Sachen. Und du hast diese Doppelmoral, also die führende Person darf was machen und es wird sehr viel geheim gehalten. Also es ist immer so, dass dafür gesorgt wird, dass es geheime Lehren gibt vielleicht oder dass der Lehrer geheime Dinge mit einem macht, die man aber nicht teilen darf mit den anderen. Natürlich immer unter der Prämisse, ja, das sind spirituelle, ich sag mal Weisheiten, spirituelle Dinge, die du jetzt von mir bekommst, die du bist schon weiter als die anderen und so weiter. In Wirklichkeit war das natürlich super, um auch irgendwie irgendwelche Sexgeschichten, die der Lehrer dann mit irgendwelchen Frauen hatte, zu vertuschen. Weil wenn der dann irgendwie stundenlang mit denen irgendwo in einem Raum war, hinter verschossener Tür, war das natürlich, oh ja, der hilft ihm jetzt gerade, spirituelle Weisheiten zu bekommen und wer weiß, was da in Wirklichkeit passiert ist. Ich weiß, dass da viele Dinge passiert sind, die nicht okay waren und die auch von den Frauen, genau, das war einfach ganz klar sexueller Missbrauch oder und das sind auch diese Sachen, wo du als Mensch, der in der Gruppe drin bist, bist du in diesem Jahr, das ist geheim, das ist auch gut, man soll das nicht teilen, man soll auch nicht tratschen und klatschen und so. Und das leuchtet ja auf der ersten Ebene auch erstmal so ein bisschen ein. So Klatsch und Tratsch sind ja auch eigentlich erstmal nicht so in Ordnung. Aber wenn ich das total unterbinde, unterbinde ich natürlich auch, dass Leute untereinander Dinge austauschen, die der Lehrer gar nicht will, dass sie austauschen. Also das sind ja auch ganz geschickte Strukturen, um gewisse Dinge wirklich so lange, wie es geht, unter den Tisch zu halten. Und wenn sie dann doch mal aufpoppen, ist man natürlich als Lehrer in so einer Gruppe auch relativ easy dabei, das wieder zu relativieren und zu erklären und so. Das sieht man ja daran, dass trotz dieser Vorfälle und auch Anschuldigungen immer noch Leute natürlich mitmachen bei solchen Gruppen. Das haben wir ja in jeder Gruppe. Das gibt es ja ständig. Ich finde das sehr interessant, wenn ich mir das jetzt alles so anhöre und vielleicht ist das auch total offensichtlich. Ja, vielleicht erzähle ich jetzt hier was, was so, duh, irgendwie. Aber das hat ja, das sind ja, im Grunde sind das ja alles so Familienstrukturen. Also so auch jetzt so innerhalb von einer Familie gibt es ja durchaus auch Sachen, wenn der Vater, sagen wir mal, wieder betrunken nach Hause gekommen ist, dann hat die Mutter gesagt, erzähl das ja nicht in der Schule oder so. Und da gab es ja auch immer so diese Geheimnisse und überhaupt Sachen, über die in der Familie auch gar nicht geredet wurde. Also es ist ja, und letztendlich kann man sowas gehen, dass das so ein Guru oder überhaupt, jetzt sind ja meistens Männer, so wie ich jetzt hier gelernt habe, dass das auch so ein Vaterersatz ist irgendwie so. Und ja, also das erinnert mich halt jetzt gerade so. Ja, ich denke schon, dass in familiären Konstrukten, das ist natürlich auch missbräuchlich, wenn Kinder solchen Situationen ausgesetzt sind, mit, ich würde mal sagen, vielleicht dem Unterschied, dass sich die Eltern nicht bereichern. Das ist schon was viel Ausgeklügelteres, wenn Sekten-Gurus oder Personen entschließend Guru sein zu wollen und dann Menschen ausbeuten und dann auch so diese Strukturen praktisch entwickeln. Aber die schließen ja da eine Lücke offensichtlich. Nee, nee, aber was du sagst, das ist völlig korrekt. Also in unserem Fall hat man sogar ihn als so eine Art Vaterfigur gesehen oder als Vater benannt. Und es wurde oft gesagt, wir sollen eine Familie sein. Also das ist ganz klar, dass es, oder es gibt ja sogar, gibt es nicht so eine Sekte, die heißt sogar so Family, also ich meine, oder ganz viele Gruppierungen. Die Menschen-Familie, ja. Ja, stimmt. Aber dieses Familie und der Guru als so eine Art Vater- oder Mutterfigur, meistens, wie gesagt, es ist einfach so, dass es meistens Männer sind und dass es natürlich auch diese Strukturen in Familien gibt. Ich meine, diese Sektenstrukturen, es gibt ja auch den, man nennt es immer im Englischen, glaube ich, The Cult of One. Also das ist ja, diese ganzen Strukturen finden sich ja ganz oft in partnerschaftlichen Beziehungen oder in Familien. Oder wir haben es ja auch manchmal, diese ganz extremen Fälle, war das nicht damals in Österreich, weißt du, wo die da irgendwie gelebt haben, irgendwie in so einem Haus und vom Vater missbraucht wurde über Jahrzehnte. Das war ja auch wie so eine Art Sektenstruktur, wo er sozusagen den Guru gemacht hat und diese ganzen Techniken, die wir jetzt hier so angefangen haben zu umreißen, auch eingesetzt hat. Also das ist jetzt ja eben nicht nur in solchen, sag mal jetzt größeren Strukturen, sondern das geht bis in die Familie rein. Also es ist praktisch so, dass man, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum man, warum manche Leute so offen sind für diese Konzepte, weil sie das halt von zu Hause kennen, mit dem Unterschied, dass da dann noch ein Geschäftsmodell hinter steckt. Also, wie man sich bereichern kann, diese, ne, ja. Genau, also ich glaube, wenn wir jetzt mal so bei dem Thema, was ist eigentlich eine Sekte, so langsam zum Ende kommen wollen, und wir haben ja schon recht lange gesprochen, ich glaube, das wäre auch heute unsere erste Folge und wir werden das, was wir nachher, also wir können, wir reden jetzt weiter natürlich, aber wir werden, werden das, glaube ich mal, ich glaube, wir werden auf ein paar Punkte auch noch kommen, wenn es gleich darum geht, wie gerate ich überhaupt eine Gruppe oder wenn es beim nächsten Mal darum geht, wie gerate ich in so eine Gruppe und wie komme ich vor allen Dingen wieder raus, wie erkenne ich überhaupt, dass ich in so einer Gruppe bin, abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht diese Punkte, die wir hier zum Teil besprochen haben, abklopfen. Es gibt natürlich, also du sagst gerade bereichern, viele Gruppen, da geht es viel um Geld, da geht es natürlich darum, den Mitgliedern möglichst alles Geld abzuziehen, es geht natürlich auch viel darum, möglichst viele Mitglieder zu bekommen, das ist bei den Zeugen Jehovas, haben wir es ja jetzt viel gehört, das kennen wir alle, die Leute hier vor der Tür stehen, war bei uns ein bisschen anders, muss ich jetzt aber nicht im Größeren darauf eingehen, und ich glaube, was noch der letzte wichtige Punkt ist, den ich noch eben abschließend, glaube ich, nennen möchte, ist so der Täuschungsaspekt, also das, da kommen wir glaube ich dazu, wenn wir darüber reden, wie gerade ich in so eine Gruppe rein, aber das hier schon mal so angedeutet, dass eine Sekte oder sektenähnliche Struktur, dir am Anfang, sage ich mal, was anderes verkauft, als was hinten mal rauskommt, also, dass du am Anfang erst mal denkst, du kommst in eine, ich sage mal, super gut gelaunte, super tolle Gruppe, und alle lieben sich und alles ist perfekt und so, und da kommen wir dann nachher zu dem berühmten Wort Lovebombing und so weiter, und erst im Laufe einer längeren Zeit wird dir so langsam klar, was hier eigentlich läuft, und parallel, wo das dir klar wird, wirst du aber schon so indoktriniert, dass du im schlimmsten Fall oder aus Sicht des Gurus im besten Fall schon gar nicht mehr erkennst, dass du eigentlich da so reingezogen wurdest, und ich glaube, das ist was, wenn man merkt, dass man in einer Gruppe ist, wo nach einer gewissen Zeit plötzlich Sachen dir gesagt werden, die ganz am Anfang überhaupt nicht erwähnt wurden, und die so ein bisschen konträr auch zu dem, ich sage mal, guten Gefühl sind, in dem Moment, wo du ein schlechtes Gefühl bekommst, sage ich mal, dann ist auf jeden Fall auch eine Alarmglocke, und ich glaube, das unterscheidet eben auch eine Sekte zum Beispiel, viele sagen ja, hm, ist nicht das Militär, ist das nicht auch eine Art Sekte, und die benutzen ähnliche Strukturen, natürlich geht es ja auch um viele, also vieles, was wir gesagt haben, findet man auch im Militär zum Beispiel, aber ich glaube, im Militär ist relativ klar, jedem, der da hingeht, was da hinten bei rauskommt, also ich meine, dir wird ja nicht erst irgendwie im Laufe der Zeit gesagt, übrigens, du wirst Soldat und du sollst Leute erschießen, wenn es hart auf hart kommt, sondern das ist von vornherein klar, das meine ich, und das ist glaube ich der Unterschied, und in vielen Sekten wirst du irgendwie mit etwas reingelockt, und erst die, ich sag mal, die schwierigen oder eben schädlichen Dinge, die tauchen erst viel später auf, aber das ist glaube ich nur mal um die, der Vollständigkeit halber, so das nochmal zu erwähnen, ihr findet natürlich in den Shownotes diese Punkte nochmal alle, wir verlinken auch zu, ich sag mal, anderen Artikeln, die das Ganze auch mal schön knapp und kurz zusammenfassen. Ja, vielen Dank Esther, das war ein super Podcast, fand ich persönlich. Ja, absolut. Vielleicht muss ich mich ein bisschen entschuldigen, Gerry hatte irgendwann mal mir so zugespielt während des Podcasts, dass ich rede auch ein bisschen viel, ich rede ja immer ein bisschen viel, weiß ich, aber in dem Fall habe ich natürlich auch viel geredet, weil mich das Thema natürlich total betrifft, und weil ich auch, glaube ich, ganz hilfreich fand, meine Perspektive auf die einzelnen Punkte zu geben, weil nicht jede Sekte ist ja identisch. Also das, was bei der einen Sekte so sich anfühlt, fühlt sich bei der anderen vielleicht ein bisschen anders an, aber im Prinzip geht es immer ums Gleiche und das war so ein bisschen die Idee, das aufzuzeigen. Ich hoffe, dass es ein bisschen gelungen. Ja, absolut. Es ist für mich immer noch schwierig, darüber zu reden, ich fühle mich da auch sehr uneloquent und ja, habe immer das Gefühl, ich habe gar nicht das rübergebracht, was ich eigentlich rüberbringen wollte, aber gut, ist halt so. Ich glaube, dafür war die Esther umso eloquenter und wir werden dann in der nächsten Folge darauf eingehen, wie kann ich mich denn aus der Sekte befreien, wie kann ich mir Hilfe holen und was gibt es in dem Bereich noch alles so Interessantes und zu beachten, also was hat das auch mit Narzissmus zu tun und so weiter und so fort. Darüber reden wir in der nächsten Folge, in Folge 74 wäre das dann, genau. Das wäre dann Folge 74, richtig. Wir können zählen, immerhin. Ja. Und ja, verlinken und machen und ja, wir werden vieles verlinken können in die Shownotes, machen wir ja immer noch. Ja, da haben wir ja jetzt glaube ich einiges, also unter anderem natürlich zur Website von der Esther, also wenn ihr jetzt selber das Gefühl habt nach diesem Podcast, oh, das könnte mich auch betreffen, dann ist ihre Website sicherlich eine gute Anlaufstelle, weil die hat auch Artikel und andere Interviews und natürlich sie selbst ist auch erreichbar für Fragen von euch, wenn ihr da jetzt denkt, ich glaube, ich muss mich da mal mit einem Experten unterhalten, dann ist das definitiv auch eine Anlaufstelle, aber wir verlinken auch zu ein paar anderen Artikeln, ein paar Buchtipps und so weiter und so fort zu dem Thema, also ich glaube, da seid ihr ganz gut versorgt. Genau. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Genau, ihr könnt uns bei iTunes und bei Patreon und bei Facebook und auf unserer Website, bei E-Mail, bei Twitter, bei Instagram könnt ihr uns irgendwie erreichen mit Feedbacks, Fragen, Lobkritik und so weiter und so fort. Patreon, klar, wenn ihr den einen oder anderen Euro entbehren könnt, um uns ein bisschen zu unterstützen hier bei dem Podcast, dann würden wir uns super freuen, aber wir machen das natürlich auch weiter umsonst und ja, wir freuen uns in zwei Wochen wieder für euch da zu sein und hoffen, ihr hattet eine gute Zeit, habt was gelernt und ich sage mal, Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste und Tschüss. Musik 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 Musik